Also erstens bin ich froh, dass in der Friedrich-Ebert-Stiftung die Diskussion zum Thema Grundeinkommen angekommen ist. Zweitens stellt man natürlich in solchen Podien fest, dass viele Menschen sich mit dem Thema Grundeinkommen doch noch nicht so intensiv beschäftigt haben. Und drittens hat man natürlich in einem Podium wenig Zeit, viele Argumente zum Thema Grundeinkommen herüberzubringen. Eins zum Beispiel, wenn unterstellt wird, das Grundeinkommen würde sozusagen eine Art Stilllegungsprämie sein. Es würde die Leute abspeisen und die könnten dann nicht mehr an der Gesellschaft teilhaben. Dann sage ich genau, das Gegenteil ist der Fall. Denn im Gegensatz zu Hartz IV wird zum Beispiel beim Grundeinkommen eben nicht das Erwerbseinkommen mit verrechnet, dass es sogar noch höhere ökonomische Anreize gibt, um eine Erwerbsarbeit aufzunehmen. Es gibt aber auch andere Anreize, die wir sonst gar nicht mit diskutieren. Nämlich, das Grundeinkommen ist eben keine Alimentierung wie Hartz IV, wo man abgespeist wird. Das Grundeinkommen ist schlicht und ergreifend so etwas wie ein für jeden zustehendes Recht, was keine Alimentation ist, sondern eine Anerkennung eines jeden Menschen als mündigen Bürger und Bürgerin. Das ist also eine ganz andere Situation als zum Beispiel bestehende Sozialleistungssysteme, die in der Tat als Alimentierung herüberkommen und die in der Tat auch Teilhabe, Verweigerungen schlicht und ergreifend produzieren, weil man sagt, du bist ja nur einer von den Armen und wir geben dir das knetigerweise mal. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich gerne auch noch über das Thema Gerechtigkeit diskutiert hätte. Es war nur kurz angerissen, dass man behauptet, wir würden in einer Gesellschaft leben, deren normativ die Leistungsgerechtigkeit sei. Mitnichten, mitnichten sage ich da nur, wir haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, die Leistung des Einzelnen zu messen, weil Produktion ist so hochgradig arbeitsteilig, dass die einzelne Leistung überhaupt nicht mehr messbar ist und außerdem zählt nicht die Leistung. Ich kann sehr gut und sehr intensiv arbeiten, wenn sich das Produkt auf dem Markt nicht absetzt, dann war die Leistung umsonnt. Das heißt, es gibt keine Leistungsgerechtigkeit, sondern bestenfalls eine Marktergebnisgerechtigkeit. Ich hätte auch die Frage stellen, wie kommen Sie darauf, dass der Mensch über Leistung definiert werden soll, seine Existenzsicherung sich über Leistung definieren soll. Hat der Mensch nicht das Recht, gewürdigt zu werden und Wert zu haben vor jeder Leistung, wie es zum Beispiel die evangelische Rechtfertigungslehre sagt. Also es wären mehrere, viele Punkte, die ich da angeführt hätte, die natürlich aus der Zeitnot heraus nicht aufführbar waren. Genauso auch der Arbeitsbegriff. Also von welchem Arbeitsbegriff reden wir überhaupt in dieser Gesellschaft? Was ist gesellschaftlich notwendige Arbeit? Was wird als Erwerbsarbeit glorifiziert und sehr gut bezahlt? Ist vielleicht sogar schädliche Arbeit. Also wenn ich Panzer baue oder wenn ich Autos baue, sodass unsere Umwelt sogar noch kaputt geht. Alle diese Fragen hätte ich diskutiert. Und da merkt man ganz deutlich, das Grundeinkommen als Thema ist ein Thema, was politisiert. Was viele politische Fragen plötzlich aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Und das ist für mich der Punkt zu sagen, schön, dass es Podiumsdiskussionen gibt, aber man braucht wirklich eine intensivere Diskussion vor solchen Podiumsdiskussionen, dass überhaupt erstmal Leute für das Thema Grundeinkommen grundsätzlich geöffnet werden. Und dann kann man über Risiken und Chancen eines Grundeinkommens diskutieren. Ein Zitat von Karl Marx, dessen Konterfall ja auch den Banner nügt. Der hat in einer seiner wenigen Textstellen, wo er mal den Weg geworfen hat, auch die kommunistische Zukunftsgesellschaft, in der deutschen Ideologie. Und dort heißt es, ich zitiere das mal, ich wisse das mal vor, da skizzierte eine Gesellschaft, in der, Zitat, jeder sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft, die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Kirt oder Kritiker zu werden. Was er da so ein bisschen beschreibt, ansatzweise, ist so etwas, ich würde es mal nennen, so ein postkapitalistisches Schlaraffenland. Und wenn man sich die Anzeichen mal anschaut, wie wir gerade in der Debatte sind, es tauchte vorhin auch auf, Ende der Arbeit, vielleicht auch Wandel der Arbeit, da hat die Debatte um das Grundeinkommen, um das gedingungslose Grundeinkommen, nochmal an Fahrt gewonnen. Es gibt so ein paar Anzeichen in der letzten Zeit, wo das auch politisch konkreter wurde. Und eine Sache ist sicherlich ganz jüngst bei der Bundestagswahl, zum Beispiel das Bündnis Grundeinkommen, das sich in allen Bundesländern zur Wahl gestellt hat und immerhin 0,2 Prozent bekommen hat. Es gibt ein Berliner Start-up, das das Grundeinkommen verlost. Es gibt in Finnland gerade einen Feldversuch mit 2.000 Arbeitslosen, die ein Grundeinkommen bekommen mit einer Höhe von 65 Euro. Und vieles weitere mehr. In der Schweiz gab es eine Volksabstimmung. Und das heißt, da ist etwas in die Debatte geraten. Und ich glaube, der Grund gibt einen Grund vor allem, das ist, oder zwei, das eine ist die Automatisierung, das Versprechen, dass wir mit Maschinen was produzieren können, wo zum Beispiel dann auch das Silicon Valley stark Werbung für macht, dass wir so etwas wie eine Robotersteuer einführen in Persona von Bill Gates, um eben dann so etwas wie ein Grundeinkommen zu finanzieren. Welche Unterschiede es da gibt, werden wir sicherlich diskutieren. Und das Zweite eben der Wandel der Arbeit, also eine zunehmende Prekarisierung. Auch die kam vorhin zur Sprache, zumindest von einer Seite, in dem vorangegangenen Gespräch. Und auch das vielleicht anders, darüber mal nachzudenken, welche Möglichkeiten gibt es, diese ganze Debatte um das Grundeinkommen vielleicht auch voranzuführen, auch zusammen mit Gewerkschaften, mit Sozialdemokraten, um dann zu schauen, wo sind die Schnittmengen und wie führen wir das möglicherweise fort in die digitale Zukunft. Ich begrüße ganz herzlich und freue mich sehr auf diese Runde und freue mich auch auf eine Debatte und auch auf Ihre Beiträge im Publikum. Zum einen, Ronald Laschke, wir müssen sagen, wenn ich etwas ergänzen soll, Mitbegründer des Netzwerk Grundeinkommens. 2004 wurde das gegründet, 2014, zehn Jahre später, sind sie dann in Europa expandiert, großermaßen, da wurde dann das Netzwerk Unconditional Basic Income gegründet. Und ansonsten, wenn ich das richtig weiß, sind sie angestellt bei der Partei Die Linke und betreiben auch dort Lobbyismus für das Grundeinkommen. Daneben Benjamin Mickfeld, Sie sind beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Sie waren, und das ist eine lange Liste, Bundesvorsitzender Jusos, 1999 bis 2001. Sie waren im Parteivorstand und sind seit 2003 hauptamtlich für die SPD angestellt, beziehungsweise seit dem Umfeld dessen. Sie waren Leiter des Planungsstabs, später die Abteilung Planung und Kommunikation, zuletzt Abteilung Politik und zwischendurch waren Sie auch noch freiberuflicher Politikberater. Ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen und das alles richtig gesagt, sonst ergänzen Sie gerne. Nicht zu sagen, aber das fehlt. Dann, last but not least, Silke Botfeld, Sie sind an der Hochschule Bremen Politikwissenschaftlerin, Sozialwissenschaftlerin und haben eine Professur, deren Titel lautet Internationale Sozial- und Wirtschaftspolitik. Auch darauf werden wir sicherlich zu sprechen kommen, wie das Grundeinkommen vielleicht auch über den nationalen Rahmen hinaus nicht oder möglicherweise doch verwirklicht werden kann. Mein Name ist Daniel Leisengang, ich bin Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Ein Hinweis, es liegen Hefte mit einem Beitrag von Herrn Blaschke aus, am Eingang, es gibt kostenlose Probehefte im anderen Haus. Es gibt auch eine Erwiderung demnächst auf diesen Text, also bleiben Sie am Ball bei den Blättern. Ich habe hier nur die Moderation und würde jetzt den Rednerinnen das Wort erteilen. Was wir machen ist, drei Redebeiträge, ungefähr 10 bis 15 Minuten, dann würde ich nochmal Rückfragen in die Runde stellen, um dann tatsächlich das Feld auf Ihnen zu öffnen, weil ich mir gerade diese Debatte erhoffe, dass wir Sie auch hier im Raum führen. Herr Blaschke, Sie haben das Wort. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier etwas zu dem Thema Grundeinkommen sagen kann. Unser Netzwerk ist 2004 gegründet worden, justament an dem Tag, als im Bundesrat Hartz IV bestätigt worden ist. Wir haben gesagt, das kann nicht die Lösung sein für soziale Probleme in Deutschland. Wir setzen dem ein anderes Konzept entgegen, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen. Die Idee ist nicht neu, die gibt es in Deutschland seit 1982, von den unabhängigen Erwerbsloseninitiativen geführt, später dann in der grün-alternativen Szene, brach nach der Wende ein Stück ab und kam dann richtig mit heftigem Schwung ab 2003 wieder auf die deutsche Bühne. International ist das Thema hohr alt. 1986 gab es die Gründung des BNB, den GAM-Würf-Network. Und das eigentliche erste Startzeichen für das Thema Grundeinkommensdebatte setzte Thomas Svens bereits 1796. Damit merkt man schon, das ist alles nichts Neues, was wir hier diskutieren. Es wird nur verstärkt diskutiert. Bevor ich aber direkt auf das Grundeinkommen eingehe und verschiedene Spielarten beleuchte und schaue, was hat es mit Digitalisierung zu tun, möchte ich doch ein bisschen an den Karl Marx erinnern, der da hinten hängt, und zwar auf eine Figur, auf deren Schultern Karl Marx steht. Das ist nämlich Aristoteles, nicht nur Hegel und die utopischen Sozialisten, sondern Aristoteles. Die Grundaussage, die Aristoteles in seiner Politik mal traf, war Folgen und die trifft den Kern der Debatte, die in Deutschland und weltweit auch geführt wird, wohin könnte, könnte, sage ich ganz bewusst, Digitalisierung führen. Aristoteles meinte, freilich, wenn ein jedes Werkzeug auf Geheiß oder dasselbe im Voraus erratend sein Werk verrichten könnte, wie das die Statuen des Daedalus, sagt man, taten, oder die Dreifüße des Hephaestus, von denen die Dichter singen, dass sie ganz von selbst in die Versammlung der Götter rollten, Wenn so auch die Webschiffe selbst webten und die Zitterschlüge, dann freulich bräuchten die Baumeister weder Handlanger noch die Herren Sklaven. Die klare Ansage ist, was der Olle Marx da meinte, mit Veränderung von Produktivkräften im Sinne von Technik, das wäre jetzt analog, Digitalisierung, reden wir über die Potenz, die Potenz anderer Produktionsverhältnisse, potenziell auch über die Abschaffung von Herrschaftsverhältnissen, Herren und Sklaven zum Beispiel. Marx war ja einer derjenigen, der das Industrieproletariat als Lohnsklaverei bezeichnete, kann man bei ihm mehr als genug nachlesen, im Gegensatz zum Bourgeois seine wahre Arbeitskraft verkaufen musste, damit auch im gesamten Diskurs und in der gesamten Ausübung für Macht immer dem Bourgeois unterliegen war. Punkt. Gestern hat mich ein bisschen irritiert, dass die Debatte gar nicht geführt wurde vor dem Hintergrund dieses Kopfes. Denn wenn man sagt, wir sind erstaunt, dass es bei Uber gar keinen Arbeitgeber mehr gibt, mit dem wir Lohnverhandlungen ausführen können, wäre doch die Frage zu stellen, ja warum nutze ich denn nicht eine Plattform wie Uber, und dann merkt man schon, in welche Richtung ich dann zendiere mit dem Grundeinkommen, dass man sagt, nehmt doch gemeinschaftlich diese technische Möglichkeit einer Plattform und macht Uber zu einer Genossenschaft, zu einer Taxigenossenschaft. Erster Schritt in Richtung Veränderung von Herrschaftsverhältnissen aufgrund anderer technischer Möglichkeiten. Der nächste Schritt wäre zu fragen, wenn wir Taxis haben wollen, genossenschaftlich organisiert, könnte man mit Digitalisierung überlegen, bräuchte man noch den Fahrer und die Fahrerin, wenn wir an selbstfahrende Autos denken. Ob das realistisch ist, sei dahingestellt. Mir geht es um das Gedankenspiel. Und dort stellt sich natürlich in der Tat dann die Frage, wer bestimmt eigentlich, was produziert wird, wer bestimmt, wie produziert wird und wie wird verteilt. Das ist der Kern der Debatte, die auch bei dem Thema Grundeinkommen geführt wird. Es geht also sowohl um eine verteilungspolitische Frage, wie potenzielle Produktivitätsgewinne, egal ob die schon BIP ausdrücken oder nicht, denn es werden faktisch mehr Hüter verteilt werden, und zwar unabhängig von Erwerbsarbeit, das ist der Kern des Grundeinkommens, und wer bestimmt mit Hilfe, mit Beförderung des Grundeinkommens, über die Art und Weise von Bedürfnisbefriedigung, also konkret von Produktion. Das sind zwei zusammenhängende Themen. Das Grundeinkommen ist also nicht nur eine Debatte, was die Verteilung betrifft, sondern generell auch eine Debatte, was Herrschaftsfragen betrifft, Herrschaftsfragen im Sinne, wer bestimmt, was und wie produziert wird. Das als Einschub. Zweiter Einschub. Dieses Zitat ist hochpatriarchalisch, weil es nämlich unterstellt, dass Automaten alles das tun könnten und herstellen könnten, was wir notwendig brauchen. Jede Feministin, jeder Feminist würde sagen, Quatsch, Kindererziehung, unbezahlte Sorge und Pflegetätigkeit ist notwendig, Tätigkeit, die kann und möchte ich nicht durch Digitalisierung wegrationalisieren. Punkt. Da sind wir uns wahrscheinlich hier oben auch auf dem Pulte, wo wir von inzwischen einig. Das heißt also, wenn wir über notwendige Arbeit reden, reden wir über viel mehr als nur über das, was die ganze Zeit auch hier diskutiert worden ist, soweit ich es mitverfolgt habe, nämlich über Erwerbsarbeit. Nur zu diskutieren ist falsch. Das ist meine Aussage. Wir brauchen den ganzen komplexen notwendigen Tätigkeiten. Jetzt zum Grundeinkommen. Das Grundeinkommen wird wie folgt definiert. Es soll allen Menschen, allen, individuell garantiert, ohne eine Prüfung von Vermögen und Einkommen, also ohne eine Bedürftigkeitsprüfung, ohne einen Zwang zur Arbeit, in Existenz und Teilhabesicherung der Höhe gezahlt werden. Das erste Dilemma, was ich bei dieser Frage stelle, stellen Sie sich mal vor, wir kommen in so eine aristotelische Welt hinein, dann haben wir gar kein Einkommen mehr, weil die Automaten alles herstellen müssen, also die Grundidee. Das heißt, wir reden über eine ganz andere Distributionsform nach dem Grundeinkommen. Das ist übrigens ein Ansatz, den Eric Olin Wright in den Blättern, in den letzten Blättern 10-17 dargelegt hat, das Grundeinkommen als Brücke. Das Grundeinkommen von der Auffassung her meint, jeder Mensch hat das Recht zu leben, egal was er tut oder nicht tut. Es ist nur kein Umständnis, Existenzrecht wegzuleben. Es gibt vollkommen unterschiedliche Begründungen der Geschichte der Idee des Grundeinkommens. Menschenrechtliche, liberale, libertäre, republikanische, von res publica öffentliche Angelegenheiten kommend, kommunistische, sozialistische, ethische, theologische, feministische. Ich habe jetzt hier nicht die Zeit, alle Begründungen aufzuführen. Ich will nur die Bandbreite verdeutlichen, in der es diskutiert wird und woher es begründet wird. Und nun stehen wir in der Situation, und haben eine Situation, dass sich zwei große Lager entwickeln, die das Grundeinkommen diskutieren. Das ist einmal das Lager der Marktliberalen. In Deutschland ist so ein federführender Kopf Thomas Staubauer, ehemals Direktor vom HWWI, Hamburgs Weltwirtschaftsinstitut. In der Geschichte war das Milton Friedman. Und dann gibt es das andere Lager, das nenne ich jetzt mal so das emanzipatorische Lager, aus dem ich komme oder was ich mit befördere. Da stehen dann solche Leute wie Eric Olin Wright, da steht dann André Kurz, da steht Paul Mesen und so weiter und so fort, die das Grundeinkommen von einer anderen Wart her diskutieren. Wie soll das Grundeinkommen ausgestattet sein nach Thomas Straubauer? Er sagt sich, er greift neuerdings, soll es ja hoch sein bei ihm, 1000 Euro in etwa, aber Abschaffung aller anderen sozialrechtlichen Regeln. Kündigungsschutz am besten weg, Mindestlöhne weg, Tarifverträge am liebsten auch noch weg. Faktisch, der Mensch soll nur auf das Grundeinkommen gestellt werden. Das ist das, was uns dann entgegenschlägt, Grundeinkommen oder Sozialstaat. Da sagen wir von der emanzipatorischen Seite natürlich, nein, so stellen wir uns das definitiv nicht vor. Der Kern bei Straubauer ist, wir brauchen in einer digitalisierten Welt nicht mehr Zwang wie Hartz IV, um die Leute in Arbeit zu bringen. Wir brauchen Beschäftigungsfähigkeit aus eigener innerer Motivation. Das Grundeinkommen soll diese Employability befördern. Es soll sogar ein Stück weit Zeit-Sumperität für die Arbeitnehmer bringen, dass sie sich Auszeit nehmen können. Alles das wird bei Straubauer auch diskutiert. Kern ist aber Standort halten, Digitalisierung, Beschäftigungsfähigkeit. Das schließt sich dann auch an klassische sozialdemokratische Diskussionen, was Bildungsprozesse betrifft. Der emanzipatorische Ansatz sagt, wir denken die Welt anders, nämlich eher so wie Olle Marx. Alles, was an Produktionsmitteln da ist, was an Wissen da ist, sind eigentlich gemeinschaftliche Güter. Komm uns. Sie sind geschichtlich gemeinschaftlich erarbeitet, sind uns überkommen, verehrt. Und sie werden jetzt auch gemeinschaftlich erarbeiten, so über alle Arbeitsfelder, keineswegs mehr unter Erwerbsarbeit. Denn Erwerbsarbeit als auch Kapital eignet sich kostenlos das an, was Frauen und Väter in ihrer unbezahlten Zeit leisten, nämlich Erziehung und Sensorgabe. Zum Beispiel. Sie tun sich auch das aneignen, was sie über bürgerschaftlichen Engagement tun, nämlich Gesellschaftlichkeit herstellen, sozialen Zusammenhalt. Wenn dem so ist, dass das gemeinschaftliche Güter sind und jetzt ragt natürlich das digitale Gut besonders gut heraus, dann brauchen wir, als universell erzeugter, dann brauchen wir auch eine universelle Leistung, um den Leuten das Leben abzusichern. Eben nicht nur von Erwerbsarbeit abhängig. Keineswegs. Sondern durchgängig, weil er Mensch ist. Und das digitale Gut ist deswegen in der Diskussion, das wird man heute Abend beim Wesen auch hören, weil es die Eigenschaft hat, unendlich viel reproduziert werden zu können. Es wird beim Teilen, klassischer kommunistischer Ansatz, eben nicht weniger, es wird sogar beim gemeinsamen Entwickeln sogar mehr. Hat natürlich trotzdem nur eine energetische Grundlage. Deswegen sagen die Leute aus dem emanzipatischen Grundeinkommen, wir brauchen neben dem Grundeinkommen selbstverständlich öffentliche Infrastruktur, öffentliche Energielieferanten und Netze. Neben der möglichen, durch kommunistische, jetzt kommt der Begriff Produktion, die dezentral sein kann. Beispiel. Wir könnten uns vorstellen, dass nicht nur dezentrale Energiegewinnung, aber über Netze, öffentliche, darauf Verteilung stattfinden kann, sondern auch, dass 3D-Druck zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, zu einer dezentralen Produktion und ökologischen Produktion in Deutschland und Weltrein führen könnte. Das setzt aber immer wieder voraus, dass Menschen auch die Zeit haben, sich in solche neuen solidarischen Ökonomien und Vorstellungen von anderer Art der Produktion einzubringen. Das Grundeinkommen sagt aus der emanzipatischen Sicht, es ermöglicht Zeiträume. Dazu kommt aber wieder die andere Frage, es braucht auch richtige Räume, so etwas durchzuführen, öffentliche Räume, wo Menschen miteinander eine neue Ökonomie und eine neue Politik treiben. Und der nächste Begründungspunkt ist, das Grundeinkommen ist eine demokratieförderliche Angelegenheit. Der Mensch ist nicht mehr erpressbar, auch nicht übrigens Parteien, mit Arbeitsplatzargumenten, weil ich bin erstmal existenziell abgesichert. Ich muss nicht zu jeder Arbeitsplatzversorgung Ja sagen. Ich kann auch Nein sagen zu schlechten Arbeitsbedingungen, Stichwort Stärkung der Verhandlungsmacht der Unabhängigen. Und ich kann mich in demokratische Prozesse, durchgewonnene Freizeit, mitten gestärkten Rücken, was die man zu einer Absicherung betrifft, besser und emanzipierter, ermächtigt werden. Das Grundeinkommen wird dann weiter verknüpft mit Bürgerversicherung, weil die Bürgerversicherung vom Grundprinzip analog dem Grundeinkommen aufgebaut ist, mit Arbeitszeitverkürzung, mit entsprechenden Mindestlöhnen und so weiter. Also viele sozialstaatliche Errichtungen, die wir verändern, verbessern wollen, gegenüber den klassischen herkömmlichen, zum Beispiel die Sozialversicherung. Und selbstverständlichem Ausbau der sozialen Infrastruktur. Es gibt verschiedene Modelle, die das finanziell abbilden, dass das möglich ist. Generell natürlich mit einer radikalen Umverteilung von oben nach unten. Das vielleicht zu kurz als Einführung zum Thema. Und wo liegt eigentlich aus meiner Sicht die Sprengkraft des Grundeinkommens? Das Grundeinkommen, selbst wenn es nie eingeführt werden würde, stellt die radikale Frage, auf welcher Grundlage hat ein Mensch das Recht zu leben? Muss er sich verkaufen? Muss er sich unterordnen? Oder hat er ein Menschenrecht, wie das Recht auf Bildung, wie das Recht auf Kultur, wie das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe? Das ist für mich der eigentliche Kern und die Sprengkraft, die eine Gesellschaft neu diskutieren müsste. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Blaschke. Ich möchte die radikale Frage gleich weitergeben. Auf welcher Grundlage steht denn dieses utopische Konzept, Frau Bohnfeld? Ja, das kann ich natürlich nicht beantworten. Das müsste Herr Blaschke erklären. Ich nehme eine komplett andere Perspektive an, weil ich bin Wissenschaftlerin, ich bin Politikwissenschaftlerin, wie Sie auch gesagt haben, ich bin Sozialwissenschaftlerin. Die Kategorien, die mich interessieren, sind Machtstrukturen und die institutionelle Verankerung von Machtstrukturen. Und was mich auch interessiert, ist die Gestaltung der sozialen Sicherungssysteme, die wir haben. Und das ist mein Plädoyer, da möchte ich hingucken, weil ich glaube, dass wir dann ein ganzes Stück weit Rationalität in die Debatte bekommen, in der Gestalt, dass wir uns gemeinsam auf die Ziele konzentrieren können, die wir alle auch für richtig halten. Ich beobachte nämlich, dass wir in der Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen in den letzten Jahren und nicht nur da, sondern eigentlich schon sehr lange eine Polarisierung haben, die nach meinem Dafürhalten nicht notwendig ist. Und Herr Blaschke hat das richtig gesagt, wir haben diese Diskrepanz zwischen den neoliberalen oder ordnungsliberalen Modellen, wenn wir dann zu den Wirtschaftswissenschaftlerinnen kommen, die das auch vertreten. Und dann haben wir emanzipatorischen Modelle und ich glaube, wenn man dann sich Gedanken macht über die Ziele, was sind die Ziele von sozialer Sicherheit, ich glaube, dann haben wir überhaupt kein Problem, ob wir da skeptisch gegenüber dem BGE sind oder ob wir Befürworterin sind. Wir haben keinerlei Probleme, uns auf Grundziele zu einigen, die wir auch in der deutschen Verfassung, im Sozialstaatsprinzip und in den Sozialgesetzbüchern verankert haben. Auf welche Art und Weise wir das umsetzen, das ist das, worüber wir uns streiten müssen. Und das wollen wir heute tun und ich glaube, da gibt es genug zu zu sagen. Gut, also, ich stelle fest, die Debatte ist unnötigerweise normativ aufgeladen. Wir wollen das Gleiche, wir wollen Autonomie und Selbstbestimmung und auch in der Sozialdemokratie und in der Gewerkschaftsbewegung kommt uns das auf ein existenzsicherndes Minimum an. Und was wir vor allem auch kritisieren, sind die Zumutbarkeitsbedingungen, die wir in dem System der Arbeitslosen-Sicherung haben. Wir haben gesehen, wir haben damit eine Menge Probleme bekommen und das sind auch Dinge, über die wir diskutieren müssen, auch wenn es für manche politische Abtüro heute vielleicht ein schmerzhafter Schritt darstellt. Zweiter Punkt, den ich unbedingt hier in die Debatte reinbringen möchte, aus meiner Sicht als Sozialpolitik-Expertin, auch aus dem internationalen Vergleich kommt. Sie haben gehört, die Netzwerke, die arbeiten auch international vergleichend. Wir brauchen eine Differenzierung in der Debatte. Die Debatte ist zu undifferenziert. Wir müssen differenzieren, worum geht es eigentlich? Welches Problem wollen wir lösen? Welche Gruppen wollen wir bedienen? Und mit der Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen, da stecken ganz viele unterschiedliche Probleme dahinter, die damit gelöst werden wollen. Und meine Beobachtung, soweit ich Sozialpolitik in den letzten 15 Jahren untersucht und beobachtet habe, haben wir so ausdifferenzierte Problemlagen, dass wir mit einem Einheitsmodell, mit einem Einheitsinstrument, was das BGEA ist, dem nicht beikommen. Wir haben einen hochgradig ausdifferenzierten Sozialstaat, wir haben hochgradig ausdifferenzierte Problemlagen. Und das ist etwas, was wir bearbeiten müssen. Das heißt, wir brauchen einerseits die Einigung auf die Ziele, die sehe ich nicht allzu schwierig an, aber dann bräuchten wir auch einen Weg dorthin, wo wir in Rechnung stellen, wir müssen da wirklich detailliert vorgehen, auf der Basis der sozialwissenschaftlichen Kenntnisse, die wir haben. Und da haben wir schon eine ganze Menge Beobachtungen gesammelt, dass wir das, glaube ich, leisten können. Und dann können wir sagen, wo wir mit welchem Instrument angreifen. Und das ist das, was ich Ihnen heute in kurzen Zügen zeigen möchte, wo nämlich das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen, kollidiert mit den Grundprinzipien der sozialen Sicherungssysteme, mit denen wir es heute zu tun haben. Vielleicht noch ganz kurz vorweg, das liegt mir so ein bisschen, das reizt mich so ein bisschen, das jetzt noch zu sagen. Es wird immer gesagt, das konservative Sozialstaatsmodell ist am Ende, ist nicht finanzierbar, ist ungerecht und so weiter. Und ich frage mich immer, woher dieser Diskurs kommt. Und ich glaube, dieser Diskurs ist ganz stark noch geprägt aus den 80er und 90er Jahren, wo man den Anstieg der Sozialkosten gesehen hat und wo man eben kritisch geworden ist, wollen wir das finanzieren, welche Rolle hat eigentlich der Staat? Sprich, ich meine, dass es immer noch eine ganz politische Tendenz ist, die dahinter steht, die den Sozialstaat diskreditiert. Und ich glaube, dass es ganz viele Errungenschaften, ich glaube, das lässt sich zeigen, da könnte man jetzt Regalkilometer von Büchern irgendwie vorziehen, es lässt sich zeigen, dass dieses ausdifferenzierte soziale Sicherungssystem, das wir heute haben, dass es sehr viele Zwecke erfüllt, dass es uns dazu gebracht hat, dass wir heute in einer modernen sozialen Marktwirtschaft leben, die hochgradig produktiv ist, die dafür sorgt, dass die Leute anpassungsbereit sind, die dafür sorgt, dass die Leute Bildungsinvestitionen tätigen, und die auch dafür sorgt, dass das Sozialmodell, was wir heute haben, über die Landes- und Kontinentgrenzen hinaus attraktiv ist. Das heißt, wir merken das schon gar nicht mehr, wo wir eigentlich heute leben und was wir für einen Standard an sozialen Rechten hier auch tatsächlich tagtäglich realisieren. Wenn wir uns jetzt nochmal dieser kurzen Idee widmen, wir vergleichen, was das BGE im Vergleich zu den sozialen Sicherungssystemen tut, könnten wir das auf drei Ebenen tun. Wir gucken, ist es besser für das Individuum oder was tut die soziale Sicherung mit dem Individuum im Hinblick auf die Autonomie. Wir könnten dann gucken, was steckt für ein Gesellschaftsbild dahinter und welches Gesellschaftsbild wird durch die von den sozialen Sicherungssystemen realisiert. Und wir könnten dann, und Herr Blasch gerade das angesprochen, ist natürlich der zentrale Punkt, wir müssen dann auch sprechen, wie sind eigentlich Machtverhältnisse strukturiert, wie wird verteilt und was bedeutet eigentlich das BGE wirklich für Verteilung und Umverteilung. Ich möchte es ganz kurz machen mit dem letzten Punkt. Meine Überzeugung ist, auf Basis der vergleichenden Forschung, es gibt eine schöne Arbeit von Walter Korbi und Joachim Palme, die haben vor 17 Jahren etwa herausgefunden und die haben verglichen, dass das Umverteilungsvolumen in sozialen Sicherungssystemen, die maßgeblich auf steuerfinanzierten und bedürftigkeitsgeprüften System beruhen, dass das Umverteilungsvolumen so sehr viel geringer ist als im System, wo wir auf eine Sozialversicherung setzen. Das heißt, wir haben durch die Sozialversicherung haben wir Einnahmen, die wir damit generieren, die wir umverteilen, die wir mit einer Steuerfinanzierung überhaupt gar nicht wieder reinbekommen. Und ich glaube, Herr Mieke Feld könnte da noch weiteres zu sagen zu diesem Punkt. Möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen, aber das ist was, wo ich immer einladen möchte, darüber nachzudenken, wie groß ist eigentlich das Volumen, das wir umverteilen. Wie groß ist das Volumen, was wir durch Sozialversicherungsbeiträge erheben können und wie gering wäre das, wenn wir es über Steuer-EU tun. Gut, zweiter Punkt, ich komme zum Gesellschaftsbild, das deutsche soziale Sicherungssystem, das beruht auf zwei verschiedenen Gerechtigkeitsprinzipien, die hier, wie ich finde, alle ganz gut und geschickt miteinander verknüpft sind. Wir haben das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit einerseits und wir haben das Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit. Das sind Sachen, die haben Frank Nullmayr und Georg Fruh Buber, der ja auch ein Befürworter ist oder ein Sympathisant des Grundeinkommens, das haben die schon vor über 20 Jahren einmal so sehr schön herausgearbeitet und das macht verständlich, warum eine Gesellschaft wie die deutsche nicht nur gut funktioniert, jeder kommt da gut auf seine Kosten, sie ist auch solidarisch. Das heißt, diese Verknüpfung, dass einerseits die Leute, die das Leistungsprinzip gut finden und das für sich realisiert haben wollen, die können damit gut leben, weil genug übrig bleibt, um über das Bedarfssystem Bedarfsgerechtigkeit und die Grundsicherung da zu verteilen, wo das Leistungsprinzip nicht mehr funktioniert. Das ist der zweite Punkt. Darin steckt auch noch mal die Idee des Sozialvertrages, weil diese Leistungsgerechtigkeit und Bedarfsgerechtigkeit, kann man sich vorstellen, als ein imaginäres Regelwerk, wo wir sagen, ja, das ist eine Sache, damit können wir gut leben und unter diesen Bedingungen, dass es so oder so verteilt wird, je nachdem wie, Leistungsgerechtigkeit oder Leistungsequivalenz über die sozialen Sicherungssysteme und das Bedarfsprinzip, was eben über die Grundsicherungssysteme realisiert wird, damit können wir gut leben und das erhält meine Bereitschaft, immer Steuern zu zahlen und Abgaben zu zahlen. Das würde ich immer noch betonen und auch dazu gibt es eine Menge Forschung, empirische Forschung, aber auch theoretische Überlegung von Steffen Mauer zum Beispiel, der hier im Berliner Humboldt-Universität forscht. Dieses Prinzip der Reziprozität ist die Basis unseres Sozialvertrages und dieser Sozialvertrag impliziert ein ganz hohes Maß an Solidarität. Ich glaube, dass man das in der Reaktion der Zivilgesellschaft auf die Zuveränderungen 2015 ganz, ganz stark gesehen hat, dass da sehr große Spielräume waren, dass alle oder sehr viele Bürgerinnen und Bürger bereit waren, sich da reinzuhängen, mitzuarbeiten und eben sich daran auch zu beteiligen. Und ich glaube, dass diese positive Seite, was das eben produziert, auch an Bereitschaft, Leistungsbereitschaft und dann auch an Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit, das glaube ich, das wird manchmal unterschätzt, dass das auch genährt und fundiert sein muss. Dritter Punkt, das ist dann die Frage, was macht das eigentlich mit dem Individuum? Es wird immer gesagt, das Grundeinkommen und das bedingungslose Grundeinkommen würde Autonomie steigern, Armut sichern und soziale Sicherheit schaffen. Wir müssen uns dann überlegen, was verstehen wir unter Autonomie? Ist Autonomie wirklich auf die Idee zu reduzieren, dass wir ökonomisch unabhängig sind oder haben wir einen Autonomiebegriff, der doch ein bisschen breiter ist, weil wir soziale Wesen sind, weil wir uns durch eine Gesellschaft bewegen, weil wir politisch teilhaben wollen und weil wir politische Rechte haben. Und ich tendiere natürlich zu diesem etwas dickeren Begriff und dann wird auch deutlich, warum die Sache mit einer monetären Leistung, mit einer überschaubaren monetären Leistung nicht geregelt ist. Wir brauchen und ich glaube gerade am Beispiel der Armut oder wie helfe ich Leuten aus der Armut, da wird es, glaube ich, ganz deutlich. Wir brauchen Hilfeangebote und ich glaube, da werden die emanzipatorischen Befürworter des Grundeinkommens auch dabei. Wir brauchen Hilfeangebote eben für Leute, die sich nicht in gleicher Weise aus eigener Kraft helfen können. und die Gefahr beim BGE ist einfach, dass durch die massive Umverteilung, die notwendig wäre, um ein universelles, wie Herr Blasch und Bürger auch gesagt hat, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu schaffen, dass dadurch dort Mittel abgezogen werden, wo wir sie am meisten brauchen. Autonomie zu fördern, heißt eben nicht nur, Leute zu alimentieren. Diese Situation haben wir gehabt in der Zeit vor den Harzreformen, wir haben die Sozialhilfe gehabt und wir hatten das Phänomen und das wird leider auch allzu oft vergessen, wir hatten das Phänomen, dass wirklich Millionen, vor allem alleinerziehende Frauen, in der Sozialhilfe verblieben sind und denen wurde keine Hilfeangebote gemacht. Wir haben jetzt Studien, die zeigen, gut, also auch da hapert es noch, wir können das alles detailliert untersuchen, aber das ist ein Punkt, wo wir sehen, wir brauchen wirklich Wege, wir brauchen Angebote, Förderangebote, möglicherweise auch im öffentlichen, gefördernden Beschäftigungssektor und solche Sachen, um wirklich Wege auch zu zeigen, den Leuten sich aus einer prekären sozialen Situation zu befreien, umso mehr, als dass wir davon ausgehen können, dass sie nicht einmal temporär, kurzfristig gegeben sind, sondern wir können heute Dynamiken angucken, wir haben es mit Verfestigung von prekären Arbeits, Lebenslagen zu tun. Eine Sache möchte ich noch sagen, weil es auch immer um diese Frage geht, ja, wir hätten alle Zeit, das zu tun, was wir denn tun würden und für die kreative Wirtschaft ist das auch gut. Das ist wiederum eine Frage des Gesellschaftsmodells. Welche Form der Gegenseitigkeit haben wir? Was wollen wir alles abdecken? Wo sind wir bereit, Ressourcen reinzugeben, damit es realisierbar werden kann? Und ich glaube eben, dass es ganz bestimmte Kriterien braucht, wo wir zusichern können, das und das und das ist abgedeckt und da musst du selber mit reingehen, dass wir sozusagen immer eine Kofinanzierung in der Organisation von Tätigkeiten haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das erhalten. Das ist ein politischer Streit und derzeit streiten wir über diese Frage, wie sollen Pflege und wie sollen Weiterbildung abgesichert sein? Und das sind diese Probleme, glaube ich, um die wir streiten müssen und wo wir ansetzen müssen. Zweiter Punkt, nochmal zu dieser Frage Zeit, wie viel Zeit haben wir? Ich verstehe immer nicht, warum vergessen wird, dass wir natürlich durch die gewerkschaftliche Tarifpolitik, nicht mehr die 48 Stunden haben, die wir im Arbeitszeitgesetz haben und wir haben jetzt ein Arbeitszeitgesetz und das wird ja jetzt auch wieder angefochten, sondern die tarifliche Arbeitszeitverkürzung hat natürlich über die Jahrzehnte die regulären Arbeitszeiten zurückgeführt, formal natürlich, und hat dafür gesorgt, dass wir sehr wohl Zeit zur Verfügung haben, auch andere Sachen zu tun. Wir können immer darüber streiten, ob das reicht. Ich wäre auch ab sofort für die 30-Stunden-Woche, das hat auch Günther Schmid in seinen Übergangsarbeitsmärkten einmal so durchformuliert und ich glaube, im Prinzip ist das auch eine schöne Idee. Ich will nur sagen, es gibt Ansatzpunkte, regulative und institutionelle, wo wir ansetzen können, das ist die Arbeitszeitverkürzung, die tarifliche, ganz aktuell werden wir jetzt in diesem Herbst auch wieder bekommen, diese Diskussion, und die zweite Sache ist auch wieder die Regulierung von Freistellungsregelungen und da möchte ich daran erinnern, dass wir auch gerade, Politik ist nun mal ein verdammt langsames Geschäft, das wissen Sie alle, dass wir gerade ja auch die Eltern Zeit bekommen haben. Ich will gar nicht sagen, damit wir sind wir, ich möchte es nicht bewerten, ich möchte nur sagen, das ist ein Weg, wie Freiräume geschaffen werden, die gesellschaftlich verträglich sind und daran muss ich sozusagen, oder die Politik ist notwendigerweise immer auch nur hinterher, die Bedürfnisse, die gesellschaftlich entstehen, entsprechend zu regulieren. Und das wäre mein Plädoyer, dass wir unsere Energie im Denken und im Handeln darauf verwenden, die Wege zu suchen, wo wir anschließen können, an diesen vielen kleinen Stellschrauben eben genau das zu erreichen, was wir wollen, Autonomie, Selbstbestimmung, mehr Zeit und natürlich auch ein existenzsicherndes Einkommen und, was ich vergessen habe, auch gute Arbeit. Aber das kann ich vielleicht Herrn Mikfeldt noch mit rüber spielen als Punkt. Danke. Frau Botfeldt, Herr Mikfeldt, Sie sind als Leiter der Grundsatzabteilung beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales tagtäglich mit der Frage schon sortiert, wie sieht eigentlich die Zukunft, wie sieht die Modernisierung des Sozialstaats aus? Ist das Grundeinkommen etwas, was Sie da in Ihren Überlegungen einbeziehen? Wie sehen Sie das? Konfrontiert mit dieser Diskussion werden wir permanent, da komme ich dann gleich nochmal drauf. Vielleicht eine Vorbemerkung, was meine aktuelle Biografie angeht und dann, was meine vergangene Biografie angeht. Sie haben gesagt, für wen ich beruflich tätig bin, bin aber gleichzeitig auch Mitherausgeber einer der Zeitschriften, die das hier organisieren und vielleicht ist diese Rolle hier aktuell besser, dann kann ich freiher diskutieren und nicht allein als Vertreter der Bundesregierung, dann kann ich ein bisschen flexibler hier auftreten an dem einen oder anderen Thema, dass die biografische Vorbemerkung ist, Sie haben ja auch gesagt, in welcher Jugendorganisation ich tätig war, und manchmal habe ich Déjà-vu's, weil in den 80ern, in den 90ern hat sich die Jugendorganisation die Köpfe eingeschlagen, um eine Diskussion unter den Überschriften Recht auf Arbeit, Recht auf Faulheit. Übrigens haben die, die mit Recht auf Arbeit argumentiert haben, sich auf Karl Marx bezogen und die, die Recht auf Faulheit wollten, das war dann auch Paula Fag, ich glaube, sein Schwager, und die einen haben hier eine gewerkschaftlich orientierte Position, vertreten die anderen eine eher grünliche, linkslibertäre Position und dieser Streit wurde nie produktiv aufgelöst. Soweit wäre ja die Frage, ob wir es jetzt mal hinkriegen, bevor wir immer wieder in den gleichen Gräben liegen und seit 20, 30, 40 Jahren, also gut, da war ich jetzt nicht dabei, aber seit 20 Jahren mindestens, immer wieder die gleichen Argumente an den Kopf hauen zwischen dem progressiven Lager, sage ich jetzt mal, wir schieben mal die wirtschaftsliberalen Konzepte beiseite, weil da sind wir uns, glaube ich, in der Kritik weitgehend einig. Ob wir nicht Synthesen finden, da will ich einen Versuch machen. Zunächst einmal ist mein Punkt, dass ich sehr ernst nehme, dass diese Diskussion in den letzten Jahren wieder aktuell geworden ist, durch das, was Thema dieses Kongresses ist, nämlich die Digitalisierung. Und da gibt es ja offenbar neue Treiber, die dazu führen, dass diese Diskussion, die ja eine Zeit lang auch ein Stück weit in den Nischen wiedergeführt worden ist, eine neue Aktualität hat. Das ist erstens der Punkt, geht uns die Arbeit aus, ist ja vorhin auch auf dem Panel diskutiert worden, einerseits wird es eher apokalyptisch gesehen, andere setzen Hoffnung da rein, weil in Zukunft alles automatisierbar sein soll. Ich warne davor, ich warne davor, in dem Ausschreibungstext zu diesem Panel ist ja auch eine amerikanische Studie zitiert worden, die sagt, dass in 20 Jahren alle die Hälfte der Jobs weg ist. Lesen Sie bitte die Studie mal genau alle und gucken Sie sich mal die empirischen Erkenntnisse wirklich an. Die sagen, dass das Potenzial von bestimmten Tätigkeiten da ist, dass sie automatisiert werden. Potenzial heißt nicht, dass es passiert. Und Berufe sind komplexer als Tätigkeiten. Wir haben in Deutschland ein duales System mit Berufen, die bestehen aus einer Reihe von Tätigkeiten, dafür sind einige natürlich automatisierbar, andere nicht. Und bislang war das System der Berufe anpassungsfähig. Und das wird der Grund, dass man sollte volkswirtschaftlich argumentieren, wenn Produktivitätssteigerungen in einem Bereich erzielt werden, kann auch über Investitionen, über Löhne, über staatliche Nachfrage, Beschäftigung in anderen Feldern erfolgen. Jetzt gibt es natürlich die Überlegung, nein, in Zukunft ist alles automatisierbar. Ich verstehe es irgendwie nicht. Also man sagt, die Lkw-Fahrer werden in Zukunft nicht mehr da sein, weil die Lkw fahren autonom. Dann frage ich, wer baut die Lkw? Dann sagt man, ja, das machen vollautomatisierte Fabriken. Dann frage ich, wer baut denn die Maschinen in den vollautomatisierten Fabriken? Ja, auch vollautomatisierte. Und dann sozusagen wird die Logikkette, der automatisiert immer weiter nach hinten und verwickelt sich immer mehr in Widersprüche. Und dann kommt man mit den digitalen Gütern und den Nullgrenzkosten und den Cummins und so weiter. Der Anteil der Wertschöpfung von Kreativwirtschaft beträgt in Deutschland gegenwärtig 2%. Das heißt, 98% funktionieren offenbar nach einer anderen Logik als das. Und wir sind immer noch eine Hochindustrieökonomie, wo ich persönlich nicht sehe, dass wir auf absehbare Zeit in diese Vollautomatisierungs-Dystopie oder Utopie, je nachdem, hineinkommen. Die entscheidenden Fragen sind, übersetzen sich Produktivitätssteigerungen erstens in neue Beschäftigung, beispielsweise im Bereich sozialer Dienstleistung, wer finanziert das eigentlich? Und zweitens ist die Frage der Qualifizierung, das heißt der Anpassung der Beschäftigten an diesen strukturellen Wandel. Es gibt aber drei weitere Motive noch. Erstens, in der Tat, auch wenn es dann an Anteil 5% nur mit der Beschäftigten nimmt ja der Anteil an kognitiver Arbeit zu, an Wissensarbeit, an kreativer Arbeit. Da entstehen neue Milieus, die mit diesen industriellen Beziehungen, mit Bestimmungen und so weiter nicht mehr viel anfangen können. Da entsteht ein neuer Resonanzboden für die Debatte des bedingungslosen Grundeinkommens. Dritter Punkt ist, die Arbeitsformen verändern sich, das Stichwort Digitalerismus wurde heute auch genannt schon. Daraus speist sich dann so die Debatte um neue Präkarisierung und schlechte Jobs. Muss man die überhaupt machen? Gibt es dazu keine Alternativen? Und natürlich auch die Möglichkeit, Arbeit in selbstständige Formen zu verlagern. Geek-Economy als Stichwort über Plattformen etc. Und sind das nicht alles Arbeitsformen, die man anders absichern muss? Wächst nicht der Anteil an Soloselbstständigen? Klammer auf. Nein, er wächst in Deutschland gegenwärtig nicht. Klammer zu. An die sozialversicherungspflichtige Abhängigeschäftigung wächst und nicht die Soloselbstständigkeit. Nichtsdestotrotz haben wir es ja mit einer dynamischen Entwicklung zu tun. Und da ist für mich die Kernfrage, ist darauf das bedingungslose Grundeinkommen die Antwort? Oder muss man nicht, sozusagen sich die Entscheidungsmechanismen, die Strukturen, die Institutionen der Arbeitswelt angucken, da auch die Machtfrage stellen, über Mitbestimmung, über Lohnverhandlungen etc., über gute Arbeitsbedingungen reden und sich auch durchsetzen können? Welche Institutionen brauchen wir dafür? Wahrscheinlich wird ja hinterher Evgeny Morosoft noch über Solutionismus reden, oder Solutionism, also dass digitalen Algorithmen sozusagen alle gesellschaftlichen Probleme lösen. Für mich ist das DGE ein Stück weit sozusagen sozialpolitischer Solutionismus, indem man glaubt, mit einem Instrument, all diese Verwerfungen, die Probleme, die Widersprüche der modernen Gesellschaft lösen zu können. Ich glaube, dass das am Ende nicht zielgenau ist. Ein Knackpunkt, das ist angesprochen worden, ist die Frage der Bedingungslosigkeit. Ich mag den Begriff Zwang zur Erwerbsarbeit nicht ganz, der in den Papieren der Befürworter immer auftaucht und will damit nicht jede sozialpolitische Regelung, die sie jetzt ist, verteidigen. So. Aber eine gewisse moralische Verpflichtung, ein Beitrag zur Wertschöpfung zu leisten in einer Arbeitsteiling-Gesellschaft, den sehe ich schon dabei. Dann ist immer die Frage, wie viel Zwang durch das Sozialsystem muss sein, wie weit muss Freiheit gewährleistet werden, da kann man sicherlich über die Stellschrauben im Detail reden, aber letztendlich irgendeine, es muss ja irgendein Mechanismus geben, der darüber entscheidet, ob die Arbeit, die ich leiste, gesellschaftlich sinnvoll ist. Und es muss nicht zwingend Erwerbsarbeit sein, das ist ganz ausdrücklich. Das kann auch Sorgearbeit sein. Es kann auch sein, dass wir private Sorgearbeit besser absichern. Völlig richtig. Aber das ist das BGE auch nicht das richtige Instrument, das ist Elterngelden, andere Instrumente sind. Da die richtigen Normativ, bin ich da völlig bei Frau Wotfeld, es ist schon so, dass wir eine Gesellschaft sind, die sozusagen die normative, Klammer, Teilhabe und Leistung hat. So. Und dass jeder da seinen Beitrag eben leisten muss. Ich glaube, dass es für Modelle für das BGE, was ja aus bestimmten Zähnen kommt, auch keine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz gibt. Und ich sehe es auch so, dass wir leider bestimmte Gruppen in der Bevölkerung haben, wo Hilfestellungen, die über Geld hinausgehen, erforderlich sind, um sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren, weil sie sozusagen nur zu alimentieren, wäre meines Erachtens auch keine Lösung. Klammer auf, man sollte mit Blick auf gesellschaftliche Akzeptanz da auch die Geflüchteten mit in den Blick nehmen, denen nur ein bedingungsloses Grundeinkommen zu zahlen. Ich weiß nicht, was dann an gesellschaftlichen Spaltung und Spannung zunehmen würde. Nächster Punkt ist, funktioniert das BGE eigentlich? Oder reicht es die Ziele? Frau Botfeld hat es angedeutet. Ich glaube nicht, dass es die Arbeitsbeziehung stärken wird. Einige sagen, wenn das BGE da ist, dann müssen die Leute nicht mehr schlechte Jobs annehmen, dann werden die teurer und dann wird die Arbeit besser bezahlt. Ja, warum wollen denn die Liberalen und die Konservativen mit dem gleichen Instrument das genaue Gegenteil erreichen? Also welche Folgen hat das eigentlich? Führt es zu besseren Jobs und besser bezahlten Jobs oder nicht? Ein völlig offenes, unsichtiges Experiment, wo ich vorsichtig wäre, das einzugehen. Die Kombination von BGE aus Schwarzer Arbeit und so weiter sind ja auch denkbare Varianten. Wenn man das mal logisch zu Ende denkt, was diejenigen, nicht die Liberalen, sondern die emanzipatorischen Vertreter wollen, dann wollen sie ja, dass Stück für Stück eine Transformation stattfindet, raus aus der Lohnarbeit hin in einen, wie auch immer gearteten, informellen Sektor von Cummins, Produktion etc. Wenn aber einer schrumpfenden, marktvermittelten Arbeit die steuerliche Basis entzogen wird und immer größerer Teil der Volkswirtschaft über das BGE finanziert werden soll, verstehe ich nicht, wie das ökonomisch funktioniert. Also sozusagen ein schrumpfender Wertschöpfungskern im marktvermittelten Sektor soll einen immer größeren Cummins-Sektor finanzieren, hat mir bisher niemand erklärt, wie das eigentlich auf Dauer funktionieren soll. Ich will, also es gibt natürlich noch ein paar technische Fragen mir zu stellen, zu stellen sind an den Schnittstellen der Sozialsysteme. In dem Konzept, wenn ich es richtig verstanden habe, der BAG, der Linken, sagen sie, naja, wir bezahlen das Grundeinkommen und dann können wir aber auch, weil das ja gezahlt wird, den Rentenversicherungsbeitrag senken. Von jetzt, demnächst, wir senken ihn auf 16,8 auf einen 7%-Punkt. Also wäre es eine Halbierung des Sozialversicherungsbeitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung. Weil das Argument ist, der Sockel wird ja nicht das BGE gewährleisten. Damit nimmt man aber Sozialversicherungsansprüche weg, bei denen die jetzt Bestandsrentner sind und verlagert sie in einen Bereich der Steuerfinanzierung, der durch den nächsten Deutschen Bundestag mal mit einem Handstrich wieder in dem Gesetz im Fall, es gäbe eine politische Mehrheit für das Grundeinkommen, wie es sich die Partei Die Linke vorstellt, könnte der nächste Deutsche Bundestag das auch wieder auf die Hälfte kürzen. Welche Konsequenzen hat das eigentlich für unsere Sozialsysteme, wenn man in der Zwischenzeit die Rentenversicherung quasi zerstört hat? Tahir. Ich will auf ein paar alternative Punkte eingehen, ganz kurz, erstens, wir brauchen eine arbeitspolitische Strategie, in den 70er Jahren haben wir mal über Humanisierung der Arbeit geredet, man muss diese ganzen Tendenzen und Trends der Digitalisierung ernst nehmen, es geht um Qualifizierung, es geht auch um welche Technologien in Betrieben eingesetzt werden, welche Maschinen eingesetzt werden, wie das Ganze zusammenspielt zwischen Menschen und Maschinen und Organisation ist, das ist nicht trivial, allein das ist ein enormer Akt, der enorme Kräfte kostet, wir sollten aber nicht die betriebliche Ebene, die reale Erwerbsarbeit durch das BGE entpolitisieren, indem wir es nur noch auf Steuerverteilung schieben, sondern müssen eigentlich die Arbeit wieder politisieren, zweitens brauchen wir auch eine wirtschaftspolitische Strategie, die über Breitband und Industrie für Null hinausgeht, ich finde es richtig, auch alternative Modelle zu fördern, kooperative Plattformen beispielsweise, nur ein Beispiel, alle kennen das unter dem Flixbus, alle glauben immer, die haben Busse, nee, die haben keine Busse, die haben nur eine Software, die Busse, die fahren, sind mittelständische Unternehmen und eine Plattform hat sich dazwischen geschoben und eignet sich quasi einen Teil des Mehrwertes an, warum haben eigentlich nicht diese mittelständischen Busunternehmen gemeinsam eine Genossenschaft gegründet und das vernetzt, vielleicht muss man in diese Richtung auch stärker denken, natürlich kann man auch Gemeingüter anwenden und kann uns fördern, völlig richtig, aber ich glaube, der allergrößte Teil wird immer noch der ganz normale kommerzielle Marktsektor sein und drittens brauchen wir eine sozialpolitische Strategie, das kann erstens heißen, auch über die Grundsicherung, wie wir sie jetzt haben, nachzudenken, Hartz IV kommt aus einer Zeit von Massenarbeitslosigkeit, wir haben eine andere Arbeitsmarktsituation, die Institutionen haben sich auch verändert, vielleicht muss man auch über Zumutbarkeitsregelungen etc. in Zukunft nachdenken, weiter darf ich da in meiner Rolle jetzt nicht gehen, drittens, zweitens brauchen wir eine Stärkung und Universalisierung der Sozialversicherung, Sozialversicherung sind etwas anderes als steuerkondensierte Leistungen, da kann ich mir das, was Verbotwelt gesagt hat, nochmal fett unterstreichen, das heißt im Prinzip auch alle rein in die Rentenversicherung, so hart das ist für Selbstständige, ja, das ist ja nicht trivial, die freuen sich darüber überhaupt nicht, drittens, gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen stärken, diesen Sektor ausbauen, Pflege, Bildung, Erziehung etc., da muss das Geld rein, da ist es viel besser aufgehoben, dort vernünftige Arbeitsplätze zu schaffen und letzter Punkt, natürlich bietet die, oder führt nicht nur die digitale Arbeitswelt, sondern auch veränderte Geschlechterrollen, all das, führen zu neuen Lebensgebieten, führen zu gebrochenen Erwerbsfähigen, führen zu Übergeben etc., da sagen viele, ja, dann eben diese Flatrate der Grundsicherung, bin ich eher dafür zielgenau zu gucken, wie können wir Qualifizierungsphasen, Pflegephasen, Erziehungsphasen besser absichern, Übergänge absichern, wir haben einen Vorschlag gemacht, der ein Stück weit eine Brücke bauen soll in Richtung der Grundeinkommensdebatte zu sagen, gibt allen, die in den Berufseintreten eine Art Sozialerbe, 10.000, 20.000 Euro, was sie im Laufe ihres Erwerbslebens investieren können, Frau Botfeld sagt schon, da ist sie auch kritisch, verstehe ich auch, weil sie vermutlich sagen wird, das ist nicht zielgenau, aber man, ja, man kann ja, man kann das ja auch weiterentwickeln, indem man Instrumente, die in bestimmten Bedarfssituationen dann noch eingeführt worden sind, wie das Eltergeld beispielsweise, in ein solches Instrument einbauen, weil ich schon glaube, dass man Instrumente braucht, die den Bürgerinnen und Bürgern mehr Freiheit, mehr Souveränität geben, mehr Möglichkeit, auch mal im Laufe ihres Lebens mal eine Auszeit zu machen, etc., bestimmte Phasen zu überbrücken, das aber meines Erachtens zielgenauer, um mit dann auch einem pragmatischen Einsatz vermitteln, als das Volumen, was das bedingungslose Grundeinkommen erfordern wird. Vielen Dank, Herr Neffeld. Ich würde Ihnen natürlich, Herr Blasch, jetzt gerne das Wort erteilen. Ich überlege gerade, wie wir das so kurz halten, dass wir nicht bis Nachmittag hier diskutieren. Das heißt, auf welche Punkte beschränken wir uns. Ich würde gerne, es steht Ihnen frei, natürlich da auch Punkte antworten. Ich würde trotzdem mal vielleicht ein, zwei Sachen mitgeben, die jetzt in der Debatte auftauchen. Und das erste ist vielleicht tatsächlich der Gerechtigkeitsbegriff, der im Zentrum, ein Begriff, der im Zentrum steht. Und Frau Brotfeld nannte die Bedarfs- und Leistungsgerechtigkeit, vielleicht kann man noch die Verteilungsgerechtigkeit hinzunehmen, das sind ja Begriffe, mit denen wir normalerweise ahnieren. Wie gerecht ist tatsächlich so etwas wie das Grundeinkommen, wenn ich das eben stichwort zielgerichtet als Gießkannenprinzip begreife? Und das ist ja nicht nur im nationalen Rahmen eine Herausforderung, sondern Mino Rao nannte das in der Zeitkürze die Geburtslotterie. Das heißt, was machen wir eigentlich mit der Südhalbkugel, was machen wir mit jenen, von dessen Ausbeutung der Norden profitiert, also wo ein doppeltes Verhältnis der Ungleichheit und der Ungerechtigkeit besteht. Und die zweite Frage, die ich vielleicht auch noch mitgeben möchte, weil mich das persönlich dann doch interessiert, die Demokratieförderung, die Sie angesprochen haben, ich muss dran denken, an Staaten wie Saudi-Arabien, die halt Rentierstaaten sind, wo also ein Vermögen ausgeschüttet wird an die Bevölkerung und der Miefeld nannte das gerade auch als Beispiel, es kann ja handstreichartig auch wieder zurückgenommen werden. Es kann aber auch ausgeschüttet werden im Vorfeld von Wahlen, um sich dann eben Stimmen buchstäblich zu kaufen. Inwiefern ist da nicht doch ein Risiko, dass das Ganze auch demokratisch schädlich sein kann? Vielleicht mal zu dem handstreichartigen, wie kann ich Sozialsysteme verändern? Also das ist für mich kein Argument, dass Sie sagen, das Grundeinkommen könnte man jederzeit wieder abschaffen im Bundestag. Na klar kann man das. Das ist genauso, wie man handstreichartig die Arbeitslösenshilfe abgeschafft hat, der Schatz 4 ersetzt hat. Also genauso, wie man handstreichartig das Renten... Ja, natürlich. Genau, wie man das Rentenniveau handstreichartig damals gesenkt hat. Also entschuldigen Sie mal wieder, alle Sozialsysteme sind durch einen politisch-parlamentarischen Prozess veränderlich. Und da ist natürlich die berechtigte Frage, die wir uns auch stellen, wie kann eigentlich bewirkt werden, dass sichere Standards in der Gesellschaft geschaffen werden, die auch verfassungsrechtlich geschützt sind, wie zum Beispiel ein Grundeinkommen oder wie eine Bürgerversicherung, da haben wir ja Konsens, oder wie soziale Infrastrukturen, also Bildung, Kultur, etc. die Zugänge, die eben nicht handstreichartig weggeschoben werden können. Ich glaube, da haben wir sofort wieder Konsens. Das ist keine Differenz zwischen dem Thema Grundeinkommen, soziale Infrastruktur und Bürgerversicherung. Punkt 1. Zu dem Thema Gerechtigkeit. Ich bin kein Freund der Debatte der Leistungsgerechtigkeit in welcher Auffassung bin, wir haben schon lange keine leistungsgrundierte Gesellschaft mehr. Kann ich vielleicht erinnern, vor vier Wochen war es ein schöner Beitrag in der Zeit, der einfach gefragt hat, was ist eigentlich das Bemessungs-, die Grundlage für das, was Leistung sei. Und da wird festgestellt, ich kann mal lochen, rabotten, russisch gesprochen, wie ich will. Entscheidend ist, wie sich das Teil, was ich da herstelle, kooperativ erstellt, einzeln erstellt, wirklich egal, auf dem Markt verkauft. Das heißt, es ist eine Ergebnisgerechtigkeit, die mit Leistung, mitnichten zu tun haben muss. Punkt. Damit ist diese ganze sollen wir schon mal erledigen, im Übrigen. Wir haben mit unserer angeblichen Leistungsgerechtigkeit massenhaftes, arbeitsloses, also leistungsloses Einkommen. Wer das ist und wer das bekommt, ist sicherlich allen hier im Rahmen bekannt. Nämlich die irgendwo Geld anlegen und der mehr Geld rausbekommen. Wir haben keine Leistungsgesellschaft, das ist eine Chimäre. Mein Punkt ist, wir brauchen eine Teilhabe-Gerechtigkeit. Wir brauchen sichere Standards, dass jeder Mensch unanfechtbar, ich meine es richtig ernst, unanfechtbar in der Gesellschaft seinen Bürger, seine Bürgerin stehen kann. Und dazu bedarf es einer unanfechtbaren Absicherung. Wir sagen, ein Moment ist das Grundeinkommen. Und bitte schön, auch gleich beachten, wir sagen nie, das Grundeinkommen ist ein Universal-Lösungsmittel. Wenn Sie von uns zugehören, da habe ich gesagt, welche verschiedenen weiteren Ansätze bis zur Bürgerversicherung, soziale Infrastruktur und radikale Demokratisierung der Gesellschaft, wir in diesem Konzept mitdenken. Wir sagen, es befördert sich gegenseitig. Gleicher Punkt, das wäre eine Brücke. Wir sagen, die Bürgerversicherung ist für den Bereich der Gesundheit als existenzieller Bereich de facto sowas wie ein Grundeinkommen. Es ist individuell garantiert, ohne Bedürftigkeitsbrüchen, Sie kriegen die gleiche Operation, ob Sie arm oder reich sind, glaube ich, haben wir Konsens. Ohne Entzwang, dass ich vorher gearbeitet haben muss, selbst wenn ich in die Bürgerversicherung nicht einzahlen konnte, weil ich kein Einkommen habe, wird das für den Staat übernommen und es existenziell also eine gute Absicherung sein. Sie sehen also, die Brücke haben wir, wir sehen das als ein Schritt in eine Universalisierung eines Sozialstaates. Da bin ich bei dem nächsten Punkt. Wir wissen, dass ausgerechnet die Staaten, Frau Gutfeld, die einen hohen Anteil der Steuerfinanzierung an Sozialleistungen haben, eine bedeutend geringere Armutsquote als Deutschland haben. Genau entgegensetzt Ihrer Position sind die Fakten genau andersrum. Irland zum Beispiel, Dänemark zum Beispiel, haben alle eine geringere Armutsquote als Deutschland, selbstverständlich können wir nach, kann ich Ihnen nachweisen, als Deutschland, und zwar, weil sie eine höhere Steuerquote haben. Ganz eindeutig. Nächster Punkt, Sie hatten zwar nur zugezüge. Wir diskutieren gemeinsam mit NGOs, es gibt dabei zum Beschluss der Vereinigung aller entwicklungspolitischen NGOs, das Unconditional Social Cash Transfer das beste Mittel zur Armutsbekämpfung sind. Also nicht konditionierte, bedingte, sondern Unconditional. Das ist die Beschlusslage von allen entwicklungspolitischen NGOs. Wir sagen, wir leben auf Kosten dieser Länder, Süden, das wissen wir, wir müssen andere Handelspraktiken einführen, da müssen wir Freihandelspolitiken überdenken, da müssen wir den ökonomischen Imperialismus von Deutschland überdenken. Das hat aber zur Folge, dass unser Wohlstand angeknappert wird, weil wir auf Kosten dieser dritten Welt mitleben. Und das setzt wieder voraus, dass wir eine radikale Umverteilung von oben nach unten hier in Deutschland brauchen. So argumentieren wir das. Es gibt sogar Debatten, dass wir sagen, wir als reichste Nordenländer müssten, um an Kantische Social Cash Transfers in den ärmsten Ländern und in eines Nahrungsgrundeinkommens, ein relativ geringes um die Nahrung sicherzustellen, müssten wir sogar heftig mit zuzahlen, weil wir jahrhundertelang auf Kosten dieser Länder gelebt haben. Also Sie sehen, das Thema Grundeinkommen ist ein hochpolitisches Thema, ganz im Gegensatz Ihrer Position, es endpolitisiert nicht, sondern es politisiert. Die Arbeit. Verbot hält. Es politisiert ebenso die Arbeit. Es steht nämlich die Frage dahinter, was ist eigentlich notwendig, dass wir gut zusammenleben? Und da steht übrigens vielleicht ein letzter Satz, eine ganz andere Solidaritätsbestimmung, Reziprozität unter Zwang halte ich für fatal. Ich will eine Reziprozität in einer solidarischen Gesellschaft, die auf Freifälligkeit basiert und unser Sozialsystem ist genau das Gegenteil davon. Verbot hält. Ich schlage vor, dass wir eine extra Debatte mal führen über den Autonomiebegriff, weil ich glaube, da kommen wir der Sache so ein bisschen mehr auf die Schliche und ich glaube, da kann man wirklich auch sehr schön nochmal gucken, was macht eigentlich Autonomie und Selbstbestimmung aus und wie verstehen wir eigentlich Zwang? Das ist eine Diskussion für sich, aber da gibt es viele Argumente, nur ganz kurz. Ich verstehe immer nicht, warum nicht auch daran gedacht wird, dass die Leute gerne arbeiten. Also Herr Miekfeld hat gesagt, ihm gefällt das Wort Zwang nicht. Ich würde das gar nicht benutzen, also ich muss mich zu vielen Dingen zwingen, ich muss mich auch zwingen, aufs Fahrrad zu steigen, weil ich weiß, das tut mir gut morgens und dann regnet das und dann zwinge ich mich aber trotzdem dazu und dann sehen Sie schon, wie schwierig das ist, also wo ziehe ich da eigentlich die Grenzen und wo fängt das an? Ich habe einen kleinen Lektüre-Tipp für Sie, wenn Sie das nachlesen wollen, Beate Röstler, die Sozialphilosophin und politische Philosophin, wird gerade in diesem Jahr, in meinem Buch ausgegeben, zur Autonomie, das ist ihr Habil-Thema gewesen. Das ist sehr schön, sich das mal anzugucken und Beate Röstler sagt, Autonomie sollte sozusagen so gestaltet sein oder das ist sozusagen das Denkmodell, dass Leute ihre Lebensprojekte verwirklichen können. Leute sollen ihre Lebensprojekte verwirklichen können, sie sollen dazu in die Lage versetzt werden, ein kohärentes Narrativ zu formulieren, das heißt, ich muss selber meine Biografie so anschauen können, dass ich damit einverstanden bin und ich muss immer Kompromissen machen. Ich komme auf die Welt, ich werde in eine Familie geboren, das suche ich mir nicht aus, ich werde sozialisiert, ich muss mich permanent mit Außenanforderungen auseinandersetzen und ich muss dadurch einen Weg finden. Und ich finde das eigentlich einen ganz schönen Weg darüber nachzudenken, wo fängt eigentlich Zwang an, also wir reden ja nicht mehr von Zwang, sondern wie kann ich mit all den Anforderungen, die an mich gestellt sind, wie kann ich denn trotzdem autonom leben und autonom sein. Das nur mal so als kleine Aufgabe, das könnten wir mitnehmen und dann können wir natürlich auch darüber nachdenken, wie stehen wir zur Erwerbsarbeit und da gäbe es natürlich aus der Arbeitssoziologie noch ganz viele Argumente, die sagen, es hat auch was mit Identität zu tun, mit sozialer Identität, mit sozialer Positionierung und das sind Sachen, die wir natürlich in der Erwerbs- und Industriegesellschaft so schnell nicht wegdefiniert bekommen, dass einfach soziale Strukturen genauso gestaltet sind. Politik und Verankerung sozialer Rechte, das ist ein Argument, also es geht ja immer um die Rechte und auch G. Standing, hat es in seinem neuen Buch zum Basic Income, der sagt auch nicht Universal, sondern er sagt Basic Income, hat er so geschrieben, ja es braucht eine ganz starke Verankerung, es muss ein soziales Recht werden und wir sollten gemeinsam überlegen, wie bekommt man soziale Rechte so verankert, dass sie wirklich sicher sind. Das ist die Frage und da müssen wir die Juristen mit ins Boot nehmen, dann können wir natürlich retrospektiv so ein bisschen gucken, wie hat sich das in der Bundesrepublik in den letzten 20 Jahren entwickelt mit den sozialen Rechten und sicherlich wäre ich da auch sehr kritisch. Ich kann aber nach den institutionellen Mechanismen fragen und dafür nicht rein. das eine ist das kooperative System, was wir haben und die Verankerung der Sozialversicherung in der Sozialpartnerschaft. Da haben wir gesehen, trotzdem ist sowas wie Arbeitslosengeld 2 möglich gewesen, aber ich weigere mich das so ein bisschen als Handstreich zu betrachten. Das ist kein Handstreich gewesen, sondern diese Diskussion ist vorbereitet gewesen und die ist auch, würde ich mal sagen, in einem historischen Kontext entstanden, wo wir nicht eine Massenarbeitslosigkeit hatten, das ist eine ganz starke Triebkraft gewesen, sondern wir hatten auch einen jahrzehntelangen neoliberalen Diskurs und eine bestimmte Position oder Sichtweise auf den Staat und das hat natürlich auch die Position auf eine bestimmte Art und Weise geprägt. Das ist der eine Punkt, das heißt, diese Verankerung durch die sozialen Sicherungssysteme ist ein bisschen dickeres Brett als eine einfach gesetzliche Regelung zu den Regelsätzen, wobei ich immer zugeben würde, bei den Regelsätzen oder bei der Berechnungsweise der Regelsätze, bei der Bestimmung der Zumutbarkeitsregelung sind einfach gesetzlich geregelt. Ich glaube, da sehen wir schon, wie schwierig das einfach ist, das auch wieder zu verändern. Zweiter Punkt, die Primärverteilung. Die Primärverteilung ist die Verteilung der Markteinkommen, sozusagen das Bruttogehalt, mit dem sie rausgehen, wenn sie abhängig beschäftigt sind und diese Primärverteilung wird dadurch bestimmt, wie Tarifverhandlungen geführt werden, wie arbeitsreguliert ist. Das geht in die Arbeitskosten ein und da macht der Sozialstaat den ersten Schritt, das fällt leider manchmal ein bisschen unter den Tisch, fällt unter den Tisch. Die soziale Sicherung setzt da praktisch nur auf. Wir haben in Irland, Irland liegt nach der Verteilung der Primäreinkommen, also Armutsgrenze nach Primäreinkommen an allererster Stelle ganz zufällig. Die haben eine Armutsquote, ich glaube, die liegt bei 35 oder 40 Prozent, das heißt, das, womit die Leute vom Arbeitsmarkt nach Hause kommen, führt zu einer Armutsquote von 40 Prozent. Deutschland liegt da ungefähr bei 25 Prozent und das liegt daran, dass wir ein Tarifsystem haben, das noch nur halbwegs funktioniert, mal ein bisschen flapsig ausgedrückt und das liegt auch daran, dass wir immer noch eine gute Regulierung im Arbeitsmarkt haben. Dass da Luft nach oben ist, das möchte ich gar nicht verleugnen. die Sekundärverteilung kommt dann, wenn die Umverteilung durch Steuer- und Sozialtransfere kommt und da liegt Deutschland inzwischen bei 16 Prozent. Bei Irland müssten Sie mir helfen, wo die Armutsquote da liegt. 12, 13 Prozent wäre ein schönes Ziel. Müssten wir sozusagen da nochmal hinschauen. Die Kritik, die wir im Moment haben und das auch zu Recht, wir haben durch die Lohnmoderation in den vergangenen Jahren haben wir ein Absinken oder sozusagen eine Entkoppelung der Lohnquote vom Bruttosozialprodukt gehabt. Das heißt, das was durch abhängige Beschäftigung in die Haushalte geht, das hat sich entkoppelt von den Gesamtgewinn und das ist das Problem, was wir angehen müssen. Das heißt, wir müssen an die Verteilung wieder ran und wir können aber trotzdem noch sagen, ich glaube, wenn wir uns mit Irland vergleichen, dass zum Beispiel in der Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise der Mindestlohn runtergesetzt worden. Das ist einzigartig in Europa gehabt, dass man zu einem drastischen Mittel gegriffen hat. Man hat den Mindestlohn um einen Euro gesenkt, um die Betriebe in Irland zu halten und wir wissen, es sind eben eine bestimmte Art von Betrieben, die sich in Irland angesammelt haben, auch wegen der Steuerbegünstigung. Ich möchte sagen, Armutsquoten sind auch wieder ein relatives Maß, die bewegen sich sozusagen immer in Relation zu einem Durchschnitt und wenn man das bedenkt und deswegen gehen die Verbände ja auch, die Sozialverbände in Deutschland dazu über, daran zu erinnern, was nicht mitbedacht wird, ist das absolute Armutsniveau und auch die Fragen nach Deprivation und sozialer Teilhabe. Und ich glaube, wenn wir uns mit Irland vergleichen, stehen wir gar nicht so schlecht da. Das ist sozusagen dieser Punkt zur Armut. Und ich könnte noch weiteres sagen, aber ich möchte auch den anderen noch die Möglichkeit geben. vielleicht, wenn Sie wollen, können Sie noch reagieren? Ich würde gerne bald öffnen sonst. Nur auf einen Punkt, weil der schon entscheidend ist und ich finde, da kann man sich auch nicht ganz so leicht rausmachen, weil die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens sagen ja immer, wenn man Alternativvorschläge macht, ja klar, das wollen wir alles auch. Aber dann gehört irgendwann auch mal dazu eine realistische Einschätzung vom politischen Kräfteverhältnis und auf was man sich eigentlich prioritär konzentriert ist. Die lange Wunschliste zu haben und obendrauf nochmal ein sozialpolitisches Instrument, was eine Billion Euro oder mal so eben schlank umverteilt. Dafür sehe ich die Mehrheit nicht, dafür sehe ich die Akzeptanz nicht und nach meinem Dafürhalten ist sozusagen der erste Schwerpunkt, Frau Wothfeld hat es gerade angesprochen, sich auf die Primäreinkommen zu konzentrieren und die Lohnquote wieder zu erhöhen, das ist nicht trivial, das ist ein gesellschaftlicher Kraftakt, wo man auch verschiedene Akte überbraucht und zweitens damit auch die Möglichkeiten zu generieren, das Umverteilungsvolumen zu haben, wo man dann einen zielgenauen Sozialstaat schaffen kann, dann machen wir uns nichts vor, sowas wie ein BGE ist nicht finanzierbar über Vermögens- oder Reichensteuer. Das ist, die einen sagen, Mehrwertsteuer, gute Weise, weil damit wird der Umverteilungseffekt konterkariert, die anderen sagen, na gut, wir müssen es dann letztendlich auch aus der Mitte, oder der oberen Mitte der Einkommensverdiener eben nehmen. Man braucht die gesellschaftliche Mitte, auch die gutverdienende Mitte, aber für diesen Sozialstaatskonsens und die muss auch was davon haben, muss auch auf gute soziale Dienstleistungen zurückgreifen können, sonst werden wir dafür die gesellschaftliche Akzeptanz nicht haben. Also das ist immer so ein bisschen mein Eindruck, diese Diskussion kommt aus einer bestimmten Denkwelt, die relativ fremdelt sozusagen mit den ganz normalen Mittelschichten dieser Gesellschaft, die eine andere Arbeitsrealität haben, die eine andere Lebensrealität haben. Ich weiß, dass es manchmal richtig gut tut, sich auch in bestimmten Diskussionsmilieus immer wieder selber zu bestätigen, was für eine tolle Idee man hat, aber es ist nicht immer der beste Rat, verliebt zu sein, nicht in Ziele, sondern in ein einziges politisches Instrument, von dem man glaubt, dass es alle glücklich macht. Das führt manchmal auch in die Sackgasse. Es gab auch Zeit, wo die Gewerkschaften dem Mindestsohn mal skeptisch gegenüberstanden. Also vielleicht so ganz aber das nur als kleine spitze Anmerkung. Ansonsten würde ich jetzt sehr gerne öffnen. Da hinten gab es eine Wortmeldung, aber das koordiniere nicht ich, das macht sehr gerne die Kollegin dorthin. Mein Name ist Klaus Lang, ich war jahrelang Hauptamt durch bei der IG Metall und dann Arbeitsdirektor. Ich finde die Debatte ganz spannend, ich finde viele Anliegen beim Grundeinkommen höchst interessant, aber ich will meine skeptische Anfragen ein paar Punkten formulieren. Das Erste, Herr Mikfeldt, es ist nicht ganz unwichtig, darauf zu schauen, wer heute Grundeinkommen fordert. Sie haben so gesagt, naja, diese libertären Forderungen, die lassen wir beiseite, aber es ist schon spannend, dass heute Joe Kayser und die Bundeshöttgen das Grundeinkommen ist völlig an der Motiven und andere Instrumente. Ja, das weiß ich, aber man muss ja auch sehen, wenn sich ein Grundeinkommen durchsetzen sollte, in welcher machtpolitischen Konstellation setzt sich denn durch und da ist doch zu befürchten, wenn man wirklich zu einem Grundeinkommen angesichts der digitalisierten Ökonomie kommt, dann glaube ich eher in eine Richtung wie Höttgen und Käse sich das vorstellen, das ist meine erste große Warnlampe, die ich aufmachen würde, weil da dient das Grundeinkommen nur zur Entlastung des Primäreinkommens, der Primärverteilung von den ganzen Sozialabgaben, das ist toll für beide, die Gewinne und das sogenannte Brutto- und Nettoeinkommen auch der Arbeitnehmer erhöht und sie sind die Verantwortung los, sich um jeden Arbeitsplatz noch in Auseinandersetzungen verwickeln zu lassen, weil sie sagen, wieso, wer arbeitslos wird, bekommt das Grundeinkommen oder er bekommt das sowieso schon. Er bekommt es nicht erst in der Arbeitsflusswert. Zweite Anmerkung, ich habe bis heute kein, wirklich, weder bei der Linken noch bei der Rechten, weder bei der Straubach, noch bei Götz-Werner, bei Götz-Werner ist noch am einfachsten die Mehrwertsteuer, aber auch bei der Linken ein wirklich durchgerechnetes Modell der Finanzierung des Grundeinkommens gesehen, was gleichzeitig auch die ganzen geforderten Infrastrukturleistungen des Staates in Bildung, in Erziehung, in Verkehr, in Energie und so weiter. Das muss ja auch weiter finanziert werden, wenn man nicht glaubt, dass jeder jeden freiwillig auf der Basis des Grundeinkommens pflegt, wenn er alt ist. Und das ist ein höchst unprofessionelles angehen, zu sagen, das wird alles über soziale Beziehungen geregelt. Damit komme ich beim dritten Punkt. Ich habe den Eindruck, alle gehen eigentlich davon aus, auch die Linken wie die Rechten, dass neben dem Grundeinkommen die Erwerbsgesellschaft mit allen ihren Problemen weiter existiert und dass der schrumpfende marktwirtschaftliche Sektor dieses Grundeinkommen irgendwie bezahlen soll. So, und das ist schon gar nicht durchgedreht. Damit komme ich beim letzten Punkt. Da greife ich ein bisschen das auf, was Frau Wohlfeld gesagt hat und etwas kritisch zu dem, was Herr Blaschke gesagt hat. Es ist richtig, es gibt so eine Betrachtung leistungsloses Einkommen, Kapitaleinkommen, hohe Managergehälter und so weiter. Ich glaube trotzdem, vielleicht spricht er bei mir der alte Theologe aus mir, ich glaube trotzdem, dass das Grundeinkommen auch in zweifacher Hinsicht an die Grenzen der anthropologischen oder der Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft geht. Auf der einen Seite glaube ich nicht, dass leistungsloses Einkommen auf die Dauer Autonomie stärkt. Ich glaube nicht, dass es da einen Automatismus gibt, wie Robert Reichen beschreibt, dass da die wunderbare Gesellschaft der Kreativen, die malen alle, die nähen alle ihre eigenen Kleider wieder, wunderschön alles. Aber ich glaube nicht, dass das Grundeinkommen zu dieser Freischätzung, sondern ein leistungsloses Grundeinkommen kann auch dazu führen, dass man sich, weil auch eine Leistungsgerechtigkeit intrinsisch sehr stark da ist, dass man sich als Almosenempfänger sieht. Das halte ich für ein ganz, ganz großes Problem. Und ich sehe aber auch die andere Seite. Heute schon wollen die, die Steuern zahlen, diesen Last immer vermindern. Und auch da hält dieser Kit mit Leistungsgerechtigkeit und Bedarfsgerechtigkeit gerade noch hin. Und ich glaube, wenn man das überstrapaziert, wenn sozusagen die Steuern derer, die dann noch in der Erwerbsgesellschaft sind, immer höher werden und immer mehr gezahlt werden müssen, dass auch da sehr rasch so ein Modell an seine politischen Grenzen kommt. Also von beiden Seiten her, sowohl für die Empfänger als auch für die Bezahler, sehe ich dann letzten Endes sehr große wirklich Probleme, die bis in die menschliche Grundbefindlichkeit eingehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde tatsächlich erst ein wenig sammeln, weil wir bisher, wir haben noch ungefähr 20 Minuten und die Zeit gerne nutzen, deswegen auch die Bitte, sich kurz zu halten und entsprechend die Fragen zu formulieren. Ich würde da gerne anschließen, Martin Etting ist mein Name. Ich habe quasi aktuell ein Grundeinkommen. Aus persönlichen Gründen. Ich kann nur sagen, dass das alles andere als einfach ist, nicht mehr eingebunden zu sein in irgendwas. Also viele Leute glauben, dass man sich Freiheit und Emanzipation mit Geld kaufen kann. Das geht nicht. Wir sind frei und emanzipiert, wenn wir Teil, sinnstiftender Teil von gesellschaftlichen Konstrukten sind, in denen wir eine Rolle haben. Einfach nur abgespeist zu werden mit Kohle, das ist für mich so ein bisschen so diese Idee, es gibt für viele komplexe Probleme auf der Welt einfache Lösungen und die sind falsch. Das ist aus meiner Sicht hier der Fall. Wer das Grundeinkommen so fordert, der verstellt den Blick auf die eigentlichen Probleme, dass wir mehr Gesellschaft, mehr Gemeinschaft, mehr kommunales Miteinander arbeiten und Leben brauchen und nicht die Probleme damit lösen können, dass wir Leuten einfach Kohle geben. Das wird es nicht tun. Zwei Punkte noch dazu. Ich habe noch eine Frage dazu. Warum ist es eine gute Idee, Abermillionen Menschen in diesem Land, die gut verdienen, zusätzlichen Grundeinkommen zu zahlen? Ist mir nicht klar. Warum? Zweite Frage. Jemand, der in München in der Innenstadt wohnt, braucht für einen vernünftigen Lebensunterhalt ein völlig anderes Grundeinkommen als der, der in einem Vorort von, weiß ich nicht, Magdeburg lebt. Wie geht man damit um, wenn wir sagen wollen, es muss unbürokratisch sein und für alle gleich. Mir ist es nicht klar, wie das funktionieren soll. Das wären meine Fragen. Vielen Dank. Ja, ich bin Christel Wittisch von der überparteilichen Frauenzeit hier in Berlin. Wir befassen uns seit 2007 mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Anfangs fanden wir es nicht sehr geschlechtergerecht, so würde ich es mal formulieren, weil die Bedingungen für die Frauen und Kinder nicht so ganz klar waren. Also die Sozialsysteme, die jetzt Frauen unterstützen, kamen für mich oder für uns nicht so richtig heraus. Aber ich muss hier nochmal unterstützen, egal auf welchem Lager man ist, man kann doch nicht behaupten, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind. Wir machen seit 2015 drei Kongresse zur Leistung. Was ist Leistung? Und da kann man doch nicht sagen, dass die Erwerbstätigkeit das Allumfassende ist. Es wurde zwar jetzt gesagt, dass auch die andere Arbeit eingebunden wird, aber das ist ja scheinbar ein Traum, dass die andere Arbeit auch anders bewertet wird. Ja, also ich bin schon etwas irritiert, dass seit gestern, nicht einmal, nur heute, nämlich hier in dem Kreis, über Geschlechtergerechtigkeit geredet wird. Ich brauche bloß an die Alleinerziehenden denken. Die werden nach dem zweiten Jahr des Kindes vom Sorgcenterjahr in Hartz IV gebracht und werden sofort aufgefordert, sie müssen arbeiten gehen. Wo liegt die Arbeit aber denn auf der Straße oder weiß ich was? Also, ich bin etwas erschüttert über die Diskussion. Man kann ja eine Utopie durchdiskutieren. Und ich glaube, manche Sachen, die hier ausgeführt wurden, die dagegen sind, die haben sich wirklich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. weil wir haben es seit 2007 gemacht und es wurden immer wieder Verbesserungen für die Frauen und die Schlechtergerechtigkeit gemacht. Also wir sind im Prinzip dafür, wissen aber, wie schwer es sein wird, dies in dieser Form der jetzigen Regierung oder wie auch immer, weil die Erwerbsarbeit so immer nach oben gehangen wird, sage ich jetzt mal. Es ist schon etwas kompliziert, finde ich. Wenn man über Wohnungen nachdenkt in Berlin, weiß ich was alles. Also, ich glaube, wir sollten miteinander mehr diskutieren zum Bedingungslosenwohnbeinkommen. Vielleicht wird es denn besser. Vielen Dank. Das tut wir hoffentlich noch ein wenig. Ein weiterer Redebeitrag. Ich treffe die Entscheidung nicht. Das macht die Kollegen. Bin ich befreit davon und kann nicht hier. Hartmut Neuendorf aus Dortmund. Die Argumentation, dass unsere sozialen Sicherungssysteme auf der kollektiv vereinbarten Sozialpartnerschaft beruhen, stimmt zwar sozusagen institutionell, aber kostenmäßig sind natürlich die Beiträge der Unternehmen für die sozialen Sicherungssysteme Kosten, die die betriebswirtschaftlich natürlich auf die Preise drauf rechnen und nicht aus dem Gewinn abziehen. Dann werden die nämlich erst nachträglich, nachdem sie Gewinn haben, dort abzuziehen. Ist aber nicht so. Also insofern diese Grundvorstellung, dass soziale Gerechtigkeit bei uns im sozialen Partnerschaftssystem verankert ist, ist irgendwo eine Illusion. Eine andere Frage zu dem Beitrag eben, dass also der Mensch natürlich in sozialen Zusammenhängen überhaupt sozialisiert wird. Ja, der Mensch kommt ja nicht als Erwerbstätiger auf die Welt, sondern als Kind, was in Familie, in Kitas, in Schule zu einem sozialen Wesen vielfältigster Art wird. Und da liegen viele Probleme. Und da muss sehr viel mehr natürlich investiert werden, um Leute zu autonomen Individuen, die dann freiwillig ihre jeweiligen sozialen Zusammenhänge wählen, zu erziehen. Erziehungsprobleme werden enorm zunehmen mit bedingungslosen Grundeinkommen. Und noch ein letzter Punkt. Jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen. Aber die zwei sind wichtige Punkte, die ich finde, die Gegenseite berücksichtigen sollten. Und natürlich, ich meine, wir wissen alle, wie Gesellschaften funktioniert. Da gibt es fahrerabhängigkeiten. Die Befürchtung, dass von heute auf morgen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen alle anderen sozialen Regelungssysteme zusammenbrechen, die Unternehmen machen können, was sie wollen, ist ja eine Illusion. Und zur Berechenbarkeit, der Finanzierbarkeit, also da gibt es schon eine ganze Menge ökonomische Modelle, die nämlich mit Transfersteuer arbeiten. Natürlich muss jeder Steuer zahlen. Da muss sozusagen mehr kontrolliert werden als gegenüber den Hartz-IV-Empfängern. Die werden scharf kontrolliert. Da wird sozusagen unterstellt, das sind Leute, die sich verweigern, dem sozialen Beitrag, den man in der Gesellschaft zahlen muss, während bezogen auf Steuerhinterziehung, Gerechtigkeit in den Steuerangaben, der Gutverdienenden. Ja, die Finanzämter sagen, können wir gar nicht machen, haben wir nicht das Personal für. Also es gibt politisch so viele Baustellen, wo Verbesserungen möglich sind, die genau das verhindern, was hier immer befürchtet wird mit dem sozialen, bedingungslosen Grundeinkommen. Vielen Dank, greifen wir gerne auf, die zahlreichen Baustellen. Herr Mickfeld, Sie hat sich gleich gemeldet. Ja, also, zu Arbeitgeber, also, ob man Arbeitgeberbeit jetzt als Lohnbestandteil sieht oder als Arbeitgeberbeit kann man darüber diskutieren. Sie sind natürlich institutionell in der Sozialversicherung auch. Das sollte man aber auch nicht berücksichtigen. Was ich zuletzt angesprochen habe, die Finanzierbarkeit, da sind wir natürlich auch auf der technischen Machbarkeitsebene. Ich will nur auf einen Punkt hinweisen in der ganzen Debatte, weil die Berechnungen basieren immer auf einem ökonomischen Status Quo. Also, man geht vom jetzigen BIP aus und so weiter. Auf der Zielebene sagt man aber, die Leute sollen alle weniger arbeiten. Doch. Nein. Doch. Dieser Widerspruch ist für mich... Doch. Also, in jedem Konzept steht, inzentriert ist eine radikale Arbeitszeitverkürzung. Das steht in jedem Konzept drin. So. Ja, was denn jetzt? Also, da muss man mal auch sagen, da muss man mal sagen, vom Arbeitsvolumen man eigentlich in der Berechnung ausgeht, von welcher Lohnquote, etc. Dann kann man vielleicht mal über Berechnung sinnvollerweise reden. Das ist aber eine andere Ebene. Die andere Ebene ist ja die der, der sozusagen normativen Aspekte. Und da will ich mit Blick, auch weil das jetzt mehrfach angesprochen worden ist, mit der Leistungsgerechtigkeit, vielleicht mal auf ein Missverständnis hinweisen. weil das eine ist, geht man von Leistungsgerechtigkeit als Norm aus oder geht man davon aus, dass diese Norm erfüllt ist, in der gegenwärtigen Arbeitswelt oder Gesellschaft, was ich dezidiert so nicht sagen würde. Das ist schon völlig klar. Erstens haben wir einen zunehmenden Anteil an Einkommen, die eben sich entkoppeln von der realen Leistung. Ich denke mal an die ganze Palette von Rentseeking, Renteneinkommen beispielsweise, blattes Beispiel, was hat derjenige, der sich Immobilien in gentrifizierten Kiezen gekauft hat, was hat der für einen Beitrag geleistet, dass die Wertsteigerung erfolgt ist. Das haben die Leute geleistet, die da wurden. Indem sie den Kiez attraktiver gemacht haben, etc. Und davon gibt es ja ganz viele Beispiele. Und das Gefühl, es geht nicht mehr nach Leistung, sondern nach Erfolg oder sozusagen nach Investitionsmöglichkeiten, etc. Das sitzt tief in dieser Gesellschaft. Da sind wir uns aber, glaube ich, auch in der Analyse weitgehend einig. Gleichzeitig muss sich der Leistungsbegriff, da gehe ich auch mal einen Schritt, also in Richtung der Grundeinkommensbefürworter, lohnen von der protestantischen Arbeits- und Berufsethik. Weil natürlich, ja klar, der klassische Facharbeiter hatte seinen Beruf, ich komme aus dem Ruhrgebiet, Bergbau war keine schöne Tätigkeit, die waren aber stolz auf ihrem Beruf. So, das ist in dem wachsenden, auch prekären Dienstleistungssektor so nicht mehr der Fall. Das muss ich akzeptieren, dass diese, diese Form von Arbeitsethik ein Stück weit erodiert und dass natürlich Leistung auch außerhalb des Erwerbssektors, wenn sie einen gesellschaftlichen Sinn macht, anerkannt werden. Das wird ehrenamtlichen Tätigkeiten, private Sorgewahl, arbeiten, etc. Das ist, glaube ich, eine entscheidende Brücke, die wir da miteinander auch gehen müssen, dass wir das besser absichern sollen. Ich bin nur trotzdem immer noch an dem Punkt, dass wir unterschiedliche gesellschaftliche Voraussetzungen haben, mit einem solchen Grundeinkommen umzugehen. Wir hatten das gerade hier kurz miteinander. Also, Menschen haben nun mal eine unterschiedliche Ausstattung an sozialen und kulturellen Kapitalen. Wenn ich in einem Kreativmilieu bin, wenn ich Künstler bin und alle meine Freunde akademisch und kosmopolitisch, etc., dann ziehe ich daraus Anerkennung, dann ziehe ich daraus Sinn, ich mache irgendwas Sinnvolles, werde von meiner Peergroup bestätigt, werde von meiner Höhe bestätigt und wenn ich dann mein Einkommen durch ein bedingungsloses Grundeinkommen aufstocke, ist das für mich kein Problem. Wenn ich aber zu einer benachteiligten gesellschaftlichen Gruppe gehöre, die auch permanent zu spüren bekommt, du bist eigentlich gar nicht integriert, du leistest keinen Beitrag, dann weiß ich nicht, ob das das richtige Instrument ist und dazu führt, dass man sich aus dieser Situation auch wirklich befreit. Emanzipation, oder die Emanzipation, die Emanzipative Wirkung eines Grundeinkommens hängt sehr von den sozialen und kulturellen Voraussetzungen bestimmter Bevölkerungsgruppen ab, das bitte ich nur in der Diskussion zu berücksichtigen. Herr Glaske. Dem letzten kann ich voll ganz zustimmen, deswegen sagen wir, als Emanzipatische Grundeinkommens befürworten wir brauchen soziale Infrastruktur und Dienstleistungen ausgebaut und demokratisiert. Das ist kein Widerspruch. Im Gegenteil, wenn Sie mal die Debatte auf links netzen, das ist eine Webseite, die sich mit dem Thema Sozialwahl, Infrastruktur beschäftigt, mal nachschauen, sehen Sie genau die Verbindung zwischen Infrastrukturen im technischen Sinne, sage ich es mal einfach, mit Dienstleistungen, die da drin angeboten werden, und Grundeinkommen als Infrastruktureinheit und Infrastruktureinheit das Individuum zugegangen, das ist überhaupt kein Widerspruch. Ganz kurz nur zur IG Metall, sage ich einfach mal, im Jahr 2009 gab es eine große Umfrage, Mitgliederbefragung, wie wollen wir leben, gutes Leben unter IG Metall beschäftigten Mitgliedern der Gewerkschaft, und das Top-Thema, was die Menschen forderten an die Politik, also die Forderung, war das bedingungslose Grundeinkommen, das ist nie wieder in der IG Metall-Führung erschienen, das Thema, können Sie nachlesen, ist dokumentiert. Im Übrigen vielleicht auch gleich nochmal zum Gewerkschaftsthema, wir haben beim letzten Bundeskongress von Verdi, von 10 Landesbezirken von Verdi, die es gibt, 5 Landesbezirken gehabt, die in Anträgen gestellt haben, die Frage, wir wollen Grundeinkommen diskutieren, wir wollen ein gewerkschaftskompatibles Grundeinkommenskonzept gemeinsam entwickeln. Das bloß mal so als Hintergrund. Punkt 1. Punkt 2. Nachrechenbare Modelle, Glaubenssätze nützen nicht, einfach schauen, da gibt es genau wie, wenn man mit dem Mikfelder sagt, gibt es verschiedene durchgerechnete Modelle, in der Tat mit Status Quo, man kann nicht vorweg prognostizieren, halte ich für äußerst problematisch, inklusive berechnet, natürlich Ausbau, Demokratisierung, soziale Infrastruktur. Die sind nachlesbar. 6 durchgerechnete Modelle, die Umsetzung von Gönswerner, gehört nicht dazu, er scheut sich das Großteil aus guten Gründen. Lassen wir beiseite. Joe Kaeser hat nie ein Grundeinkommen verlangt, bitte ich zu berücksichtigen, aber Hötkes hat eins verlangt. Und zwar ohne jegliche Ansage, dass der Sozialstaat damit schrumpfen soll. Das stimmt einfach nicht. Lesen Sie einfach seine Interviews. Er sagt, das passt ja zur heutigen Debatte hier bei der Eberstiftung, wir kommen in eine andere Gesellschaft mit Digitalisierung, mit verschiedenen Auswirkungen, Befürchtungen, ob die alle zutreffen. Ich bin überhaupt kein Verfechter von der These, es werden massenhafte Arbeitsplätze wegfallen. Das ist alles Kaffeesatzleserei, behaupte ich. Aber wir wollen, dass die Internetkonzerne, die mit ihren Internetangeboten und Geschäfts- und massenhaft Gewinne einfach ordentlich besteuert werden, guckt. Und da kann man doch wohl zustimmen, oder? Mehr sagen, dann nehme ich nicht, bitte schön. Also, ich möchte eine versachlichte Debatte haben. Und da wir uns gegenseitig Empfehlungen auch so zuwerfen, Frau Gutfeld, ich bin jahrelang in der feministischen postpartierschalen Debatte zum Grundeinkommen, ich wäre es sehr wohl, dass Autonomie nicht Unabhängigkeit heißt, sondern wir alle miteinander, voneinander unten sind, abhängig aufheben, von klein auf, dass der Autonomiebegriff sozusagen etwas wie individuell Selbstbestimmung in einer Gesellschaft, wo wir alle voneinander abhängig sind, bedeutet. Das weiß ich sehr wohl. Und genau diese Debatte führt gerade bei diesen Feministen, mit denen wir zusammenarbeiten, genau in Richtung Grundeinkommen. Also, eine Empfehlung, ich schicke Ihnen auf, was du, können wir dann weiter streiten. Gut, wunderbar. Zum Ende, letzter Redebeitrag, absolut, Sie haben das Wort. Ja, genau. Dankeschön. Weil es angesprochen wurde, was macht sozusagen das bedingungslose Grundeinkommen in bestimmten Lebenssituationen? Herr Oettingen und Frau Wietisch haben das aus einer ganz individuellen Perspektive angesprochen. Und da möchte ich noch kurz drauf eingehen, auch weil das Autonomie-Thema wieder kam. Die feministische Debatte, die ist ja auch irgendwie schon wahrscheinlich 30, 40 Jahre alt. Ich bin auch fast so lange schon dabei, nicht postpatriarchal, aber feministisch auf alle Fälle. Und es gibt einfach diesen Streit, und der ist anscheinend bis heute ungelöst oder poppt wieder auf, was wollen wir eigentlich? Was wollen die Frauen? Wollen sie, wollen wir eine gute Erwerbstätigkeit für alle Frauen, die eben soziale Teilhabe auch realisiert? Oder sagen wir, wir brauchen nicht eine gute Erwerbstätigkeit, weil das kriegen wir sowieso nicht. Wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich mache, ich mache das deswegen so auf, sozusagen, und stelle das dagegen, weil ich glaube, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen Tarifpolitik untergräbt und weil ich glaube, dass es soziale Rechte untergräbt. Und da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen. Angedeutet wurde, ist das, was macht das eigentlich mit der Streikbereitschaft? Das ist was, was immer kommt. Also wenn die Leute sich vom Arbeitsmarkt zurückziehen können, dann haben sie eine stärkere Position, schlechte Arbeitsbedingungen zu bekämpfen, bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Das müssen wir mal durchdenken, ob das so stimmt, weil ich glaube, das stimmt so nicht. Weil für die Organisation kollektiven Handelns gehören gemeinsame Ziele. Und die haben wir nur, wenn wir in der ähnlichen Position sind. Und sie können viele Gewerkschafter, die da eben auch mitdiskutieren, jetzt lassen wir gerne den Link für die Diskussion in den Gewerkschaften schicken. Ich weiß auch, dass es da sehr kritisch diskutiert wird. Wir kriegen jetzt schon kein kollektives Handeln mehr dorthin, wo die Leute prekär beschäftigt sind. Bei Leiharbeit, bei Befristeten, bei Werkvertragsarbeitnehmerinnen und so weiter und so fort. Und das hat auch was mit einerseits überhaupt zu tun, wie erreiche ich die Leute, möglicherweise aber auch mit Risikoaversionen. Das wäre nochmal eine Sache, über die müssen wir nochmal nachdenken, wie weit stärkt das wirklich. Und ein anderer Punkt, warum unterminiert das soziale Rechte? Weil dieses Argument immer im Raum steht, stehen würde. Bedingungslosigkeit bedeutet immer, es etabliert sich eine alternative soziale Norm zur guten Erwerbsarbeit. Es würde eine soziale Norm oder es wird als soziale Norm etabliert. Das wäre sozusagen nochmal ein politisches Argument oder Politikwissenschaftliches. Es gibt soziale Normen, es gibt moralischen Diskurs und es gibt geschriebenes Recht. Und wenn Arbeitgeber oder Wirtschaftsunternehmer verweisen können, du kannst auch das Grundeinkommen haben, dann ist man in der Diskussion einfach sehr, sehr schwach. Dann kann man auch keine guten Tarifabschlüsse mehr durchsetzen. Dann wird es einfach sehr, sehr schwer, auch betrieblich, Arbeitsbedingungen durchzusetzen, die gut sind und die einfach dafür sorgen, dass soziale Teilhabe realisiert werden kann. Ich kann das nicht ausführen. Wir könnten noch gerne noch eine Stunde darüber diskutieren. Es gibt da einfach sehr viele Aspekte, die unbedacht sind, wenn man das bedingungslose Grundeinkommen führt. Und meines Erachtens liegt das Problem nicht im Grundeinkommen. Meines Erachtens liegt das Problem in der Bedingungslosigkeit und das ist mein letzter Punkt. Bedingungslosigkeit ist ungerecht. Bedingungslosigkeit ist ungerecht. Ich bin heute vom Hotel hier vom Hauptbahnhof durch die Stadt gegangen. Ich habe überlegt, wer bräuchte hier von uns allen das bedingungslose Grundeinkommen. Ich habe keinen gesehen auf dieser Strecke. Bedingungslos würde bedeuten, dass eine Menge Geld in die Bereiche fließt, wo kein sozialer Bedarf da ist. Das ist das Problem. Das würde massiv umverteilt. Das ist vielleicht das stärkste Argument da dran. Und der Bedarf, der da ist, den könnten wir auch anders bedienen. Dann müssen Sie mal einen anderen Weg gehen. Das nächste Mal gibt es ein Hotel in Südnerköln. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Debatte. Was man vielleicht mitnehmen kann, ist, dass wir zwei über Autopie geredet haben von Marxischen Zukunftsvisionen noch weit entfernt sind, aber, und das war für mich das Fruchtbare, darüber zurückgefunden haben zu einer Debatte über den Sozialstaat, wie er noch existiert und wie wir ihn vielleicht auf der Rettung darüber suchen nach Schnittmegen. Ich hoffe, die Debatte geht weiter, auch auf diesem Kongress. Sie sind weiterhin vor Ort. Insofern suchen Sie das Gespräch. Vielen Dank. Da drüben gibt es noch die Blätter. Ein Thema hätte ich gern noch angeschnitten, was ja eigentlich Schwerpunkt dieses Kongresses ist, nämlich das Thema Digitalisierung. Wir haben eine große Debatte. Was bewirkt Digitalisierung? Bewirkt es wirklich, dass mehrere Arbeitsplätze wegfallen, viele Arbeitsplätze wegfallen? Sind die Studienergebenen, die wir haben, sind die relevant, sind die wichtig oder sind sie nicht wichtig in der Aussage, was zukünftige Arbeitsplätze betrifft? Ich bin der Auffassung, das hätte ich noch viel deutlicher rüberbringen wollen, wenn ich die Zeit gehabt hätte, dass alles, was wir jetzt an Studien haben, Kaffeesatzleserei ist. Kaffeesatzleserei meint schlicht und ergreifend, man nimmt bestimmte Zahlen, bestimmte Annahmen, die irgendwie begründet sind, normativ und errechnen, das könnte dann diese Wirkung haben. Meine These ist, Wirtschaft und Gesellschaft wird politisch gestaltet. Das heißt vom Prinzip, die Menschen haben die Möglichkeit, Entwicklungen wirtschaftlicher Art zu gestalten. Und das hat wieder Einfluss auf eine Entwicklung der Wirtschaft im Sinne, fallen Arbeitsplätze weg oder nicht? Ich könnte ja sagen, bestimmte automatisierbare Arbeitsplätze fallen weg, okay. Aber ich brauche viel mehr Menschen, zum Beispiel im Pflegebereich, die beschäftigt werden. Oder ich möchte eine Arbeitszeitverkürzung damit auch finanzieren, zum Beispiel mit Hilfe eines Grundeinkommens, was faktisch dann so für verkürzte Arbeitszeit, gerade der Lohnausgleich ist. Und somit minimiere ich sozusagen auch Ängste vor einer Gesellschaft, die sich mit einer anderen Technik weiterentwickeln will. Das hätte ich gern noch zugespitzt. Natürlich hätte auch viel mehr gesagt zu Modellen, wie kann ein Grundeinkommen finanziert werden. Es wurde mal kurz Götz-Werner erwähnt, es wurde mal kurz auf eine Einkommenssteuer eingegangen, sozusagen Primäreinkommen muss die Steuern bedienen. Alles das ist richtig. Ich hätte dann ausgeführt auf diese seltsame Gegenüberstellung von sogenannten Primäreinkommen, das sind also Markteinkommen, die vor Markterzielung und Arbeitsmarkt, und Sekundäreinkommen, das sind die, die über den Sozialstaat verteilt werden, zu sagen, hohe und sichere und garantierte Sekundäreinkommen haben auch Auswirkungen auf Primäreinkommen, weil nämlich dann die Verhandlungsmacht der Anbieter oder der wahren Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt gesicherter ist durch starke, stabile Sekundäreinkommen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, auch bessere Primäreinkommen zu erzielen und das heißt wiederum im Umkehrschluss, ich habe auch mehr Steuermöglichkeiten, um Sekundäreinkommen, Stichwort zum Beispiel, Grundeinkommen zu finanzieren. Zumal aber, und das wäre meine weitere Debatte, wie kommt man darauf, dass Markteinkommen Primäreinkommen sind, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Welt voller Güter steht und voller Produktionsmittel und von Wissen, was kollektiv erarbeitet worden ist, dann kann man doch nicht sagen, dass Markteinkommen Primäreinkommen sind, sondern müsste sagen, das Geld, was wir allen ausgeben, für Bildung, für Grundeinkommen, das ist das eigentliche Primäreinkommen. Und dann kann ich auf dem Markt weitere sekundäre Grundeinkommen erzielen. Das zu dem Punkt und vielleicht zum Abschluss noch eine lustige Begebenheit, als Frau Professorin Botfeld meinte, sie hätte keinen auf dem Weg hierher zur Überstiftung getroffen, der ein Grundeinkommen nötig hätte. Dahinter steht die Argumentation, Reiche brauchen das nicht. Dann frage ich, Frau Botfeld, sind Sie der Meinung, dass man den Steuerfreibetrag auch abschaffen sollte? Mit welcher Berechtigung haben denn dann diese Menschen einen Steuerfreibetrag? Alle diese Fragen hätten wir diskutieren können, wenn wir genug Zeit gehabt hätten. Aber wir wissen auch, dass bei vielen der erste Anstoß zum Nachdenken gegeben worden ist. Und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass diese Debatte auch in der Ebert Stiftung weitergeführt werden wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017